Musik Moin, mein Name ist Katja Umlauf. Ich bin Ihre Vertrauensfrau und Agenturinhaberin in Hamburg-Schnellse. Mit über zehn Jahren Berufserfahrung stehen mein Team und ich Ihnen rund um das Thema Versicherung, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zur Verfügung. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden vertrauensvoll und zuverlässig die perfekte Lösung für Sie zu finden. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Katja Umlauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich sehe euch auf jeden Fall häufiger als meine Eltern. Es gibt mir leise zu denken. Lass uns mal über den heutigen Abend so ein kleines bisschen sprechen, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist ja toll, dass auch, ich sage mal, die Vorkämpfe Sinn und Zweck haben. Man muss sich erstmal seine Sporen verdienen und das macht man natürlich am besten in einem solchen Rahmen. Ja, der Rahmen, das ist ein weißer Ringboden, der ist gut gewählt, da hebt sich dann das rote Blut schön von ab, da wird es dann langsam bunt. Ich stelle das gerade eben fest, das sind noch die Amateure gewesen, du hast es gesagt. Und die nächste Steigerung zu den Amateuren sind natürlich die Beginner bei den Profis. Und da sind natürlich heute auch einige dabei, die sehr, sehr interessant sind. Und wie so oft sieht man dann auch die Stars von morgen. Wir wollen an der Stelle einfach auch mal sagen, dass auch damals ein Henry Maskein, Axel Schulz, die Klitschkos. Ein Graziano Rokigiani, das waren auch alles mal Vorkämpfer. Das heißt, hier guckt man sich die Talente für morgen dann an, also die Weltmeister von morgen, die Talente von heute. Und das finde ich eigentlich immer das Spannendste. Und deswegen habe ich auch nie verstanden, wenn viele immer bei den Vorkämpfen rausgehen. Ich habe mir immer das ganze Programm gegeben. Und ja, und Silvia hat es eigentlich am besten. Die guckt nach rechts sieht Kai, guckt nach links sieht Kai. Ja, ich kann zumindest die Namen nicht verwechseln bei euch beiden. Obwohl ich manchmal froh bin, dass Kai Petzmann hier die Boxer in den Ring holt, weil da hätte ich schon den ein oder anderen Zungenbrecher wahrscheinlich drin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist ja auch toll, dass Universum Boxen diese Bühne den Boxern auch gibt. Auf nationaler und internationaler Ebene. Wir sagen es immer wieder gerne, auch das deutsche Boxen kommt wieder nach ganz vorne. Und das ist auch schön. Wir haben es beim letzten Mal auch gesehen, im Januar sind einfach richtig gute Fights. Da fiebert man mit, es sind gute Boxer und denen gehört jetzt die Bühne. Und Kai hat es gerade schon gesagt, natürlich in England zum Beispiel ist, wenn um 18 Uhr der Kampfabend beginnt, ist die Halle voll. Und das ist natürlich dieses Ding. Aber wir arbeiten ja dran. Und man sieht es auch daran schon, wie viele Personen jetzt heute Abend hier schon drin sitzen. Und es geht ja erst, ich sage mal, richtig los gegen 20, 20, 15. Apropos, lass uns mal so ein kleines bisschen in den Kampfabend einsteigen. Wir haben tolle Kämpfe heute Abend. Was ist, fangen wir wieder bei dir an Kai, was ist dein Favorite-Kampfabend? Auf was freust du dich am meisten? Ja, ich meine, natürlich ist der Hauptkampf dann zwischen Jack Cullen und Plantic, Luca Plantic, das wird natürlich ein Riesending, das ist klar. Wir haben Serkai Kölmert, haben wir noch interessante Gewichtsklasse, auch super Mittelgewicht. Da ist eine ganze Menge, ist da nach oben hin noch los. Aber ich will noch mal auf das Vorprogramm zurückkommen, denn da haben wir auch zwei lokale Größen. Und da ist es eigentlich am besten, wenn die sich mit Namen Henry Grün und Frank Kilp jetzt einfach mal selber vorstellen. Was geht ab, Leute? Darmstads Powerranger sind hier heute am Start. Ich hoffe, ihr genießt die Show heute. Setzt euch hin, macht es euch gemütlich, holt euch eine Birche. Wir drehen heute richtig ab. Macht euch bereit für die neue deutsche Welle. Ja! Wof, wof, wof! Jetzt. Gute Jungs und Isabel Lösen-Otto hält ja wahnsinnig viel auf die beiden. Sagt er auch, dass er zum Beispiel fast im Gym schläft und wirklich sowas von überaus motiviert ist. Und beim Frank ist es ähnlich. Großes Talent natürlich. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so ein kleines Thema? Hast du auch Talent? Hab ich nicht, sonst wäre ich ja nicht hier bei euch. Hast du irgendwie auch Talent? Wenn ich ein Talent hätte, dann die neue Jobfreunde. Nein. Also ich freue mich erstmal wieder, dass ich euch alle hier wieder sehe. Und habe natürlich auch in der Vorbereitung, ich finde einfach, es ist so spannend, wer der WBC Champion heute wird. Also ist es Plantage oder Cullen? Und gerade bei Cullen haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, es war so ein Auf und Ab. Deswegen, wie kann sich so ein Plantage da am besten vorbereiten? Ich freue mich auch sehr, dass wir die Möglichkeit haben, in die Kabinen der Boxer zu schauen. Also exklusive Einblicke mitzugeben. Und deswegen, es kribbelt schon in der Luft und ich freue mich einfach drauf. Das ist auch immer etwas, wollte ich gerade mal sagen, apropos Kabine, wo normalerweise ein unheimliches Theater gemacht wird, wenn wir mal an so Fußballer denken. Heute war ja auch wieder Fußball-Bundesiegertag, ein Denkenswerter. Gibt es Bayern-Fans hier in der Halle vielleicht? Die sind gegangen gerade alle. Die suchen den neuen Trainer. Nein, aber da sieht man dann beispielsweise auch, die werden dann drei Tage gefühlt vor dem Spiel in Ruhe gelassen, keine Interviews, gar nichts mehr. Und geschweige denn Blick in die Kabine oder so. Und da ist bei einem Boxer, wo wirklich einiges auf dem Spiel steht, der hinterher im Ring steht, der weiß genau, er oder ich, der lässt sich nochmal eben da reingucken. Formel-1-Fahrer übrigens genauso. Kurz vorm Start kann man mit denen nur Interviews machen, Fußballer können das nicht. Und deswegen, finde ich, muss man diesen berühmten Blick in die Kabine und dass sie sich da beobachten lassen, muss man das einfach auch mal erwähnen und das Ganze auch richtig hoch einschätzen, finde ich. Absolut richtig. Stimmt, das sind die Fußball-Echte mit Mösschen gegen. Wir können aber eins machen, wir haben es gerade angesprochen. Wir können natürlich mal einen Blick in die Kabine werfen. Was geht da eigentlich ab, was passiert? Mal reingeschaut. Ja, es brennt in der Kabine, sehen wir gerade. Ich hoffe, das ist nicht hier. Also wie gesagt, wir sehen jetzt gerade, ah, ich höre gerade, wir sehen gerade über YouTube, da sehen wir da auch die Bilder. Da können wir doch schon mal reinschauen. Ah, Robert Harut und Jan, ne, haben wir da nicht. Ne, das ist er nicht. Wer haben wir denn da jetzt gerade? Na, Kinder, der liebe Holder Engel. Wunderbar. Also das ist auf jeden Fall schon mal der Blick in eine Kabine, was da jetzt gerade vor sich geht, außer fragende Gesichter, gar nichts. Also so sieht es also aus, wenn man sich warm macht in der Kabine. Ja, da ist auf jeden Fall jetzt keiner von den Dreien, die da jetzt waren, die sind innerhalb der nächsten zehn Minuten hier im Ring. Da können wir mal von ausgehen, denn da wären wir dann schon einen Schritt weiter. Da kommt ja dann das ganze Prozedere. Also erst mal kommt man rein, dann gucken die auch, fühlt man sich wohl da, fühlt man sich zu Hause gleich in dem Raum. Dann geht es so langsam los mit dem ersten Warmmachen, Gespräche mit dem Trainer, bist du gut drauf und so weiter. Dann kommt das Bandagenwickeln. Da kommt ja dann immer einer von der anderen Partei noch rein, guckt sich das an, zeichnet dann ab, damit das berühmte Hufeisen eben nicht drin ist. Der Offizielle guckt dann nochmal nach, zumindest bei Titelkämpfen ist das so. Also es ist ja auch so ein richtiges Ritual und dann irgendwann wird sich richtig warm gemacht und dann kommen die Medialfall ja schon richtig auf Temperatur mit einem sehr erhöhten Puls, dann endlich Richtung Ring raus. Und deswegen ist die Kabine, glaube ich, was ganz Wichtiges einfach. Merkst du, was Kai Ebel, der Mann, der jahrzehntelang in der Kabine lebt. Das würde ich immer gerne mal wissen. Was haben die denn dann früher gesagt? Oh, jetzt kommt der Ebel wieder mit seinem Jackett und Quatsch und K.O. Oder haben die auch mal Fragen an dich gestellt? Wie war das denn? Erzähl uns ein bisschen. Ich habe tatsächlich auch in der Boxkabine auch schon Interviews gemacht, aber das war dann immer vorher abgesprochen. Sonst geht es selbstverständlich nicht, aber ich wundere mich dann auch, wie cool die da manchmal sind. Aber man wird ganz ehrfürchtig. Ich merke das auch, normalerweise stehst du draußen vor der Tür, ja, dann wollen wir nochmal einen Blick in die Kabine werfen, machen die Tür auf, gehen rein. Und dann fängt man plötzlich an, wie in der Kirche zu reden, weil da sitzt ja derjenige, der gleich ein K.O. schlägt. Und hoffentlich bin ich nicht derjenige, den wollen wir jetzt nicht beim Bandagenwickeln allzu sehr stören. Der Trainer guckt auch schon grimmig und dann, Dankeschön, dass wir hier waren und dann gehst du schnell wieder rückwärts raus. Deswegen war Kai Ebel Messdiener. Ja, und deinem makellosen Äußeren kann man entnehmen, dass es dir nicht passiert ist, dass du nicht K.O. geschlagen worden bist beim Weg in die Kabine. Und für uns ist ja nach diesem heutigen Kampfabend, nämlich Universum Boxing Night Nummer 11, direkt schon vor der nächsten Boxing Night. Und dies in der Motor World Köln, die Universum Boxing Night Nummer 12. Hier ein kleiner Teaser dafür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wir haben ja gerade schon gesagt, das sind natürlich die schwierigsten Kämpfer am Abend, das Publikum in Wallung zu bringen, uns den ersten Schritt in den Ring zu machen. Und deswegen begrüße ich ganz recht herzlich aus Bosnien und Herzegowina Anne Islamovic. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich Willkommen und Willkommen, Annelies Lamovic! Willkommen zum nächsten Kämpfer des heutigen Abends, geboren in Usbekistan, aber er lebt in Gera, Thüringen! Herzlich Willkommen, Kommission, Hush Vaktaje! Ja! 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 Wir kommen zu den Punktrichtern des ersten Kampfes am heutigen Abend. Rüstam Raimorf, Alexander Walter und Francesco Gipetto. Der Mann im Ring, Uwe Lorch. Und nun zum Boxer in der blauen Ecke, er ist 29 Jahre alt. Eine Witter 69 groß, 62,2 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 30 Kämpfe. Zwei Sieger, einer von durch Knockout. Er kommt aus Bosnien und Herzegowina in seiner Ecke. Sein Trainer ist Lavisa, Simeonowitsch. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in Aschaffenburg. Anne Islamowitsch. Sein Gegner in der Roten Ecke ist 28 Jahre alt. Eine Witter 70 groß, 63,4 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, sieben Kämpfe, fünf Siege. Er wohnt in Gerard-Thüringen in seiner Ecke. Der ehemalige Weltmeister King Arthur Gregorian. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Kommission Husvartayev. Der Kampf ist angesetzt auf vier Rund. Die Boxer sind bereit, so let the fight begin. Und los geht's. Vier Runden. Arnel. Lammowitsch. Eine Bekannte hier in Deutschland. Viele Kämpfe hier bestritten. Allerdings nicht sehr erfolgreich. 30 Kämpfe. 28 Niederlagen. 27 vorzeitig. Also, der muss einiges einstecken, der Gute. Uwe Leuch. Das ist jetzt mal deutscher Meister gewesen. Ein bisschen Schlampe geschlagen. Beides sehr für Paris-Jubor. Und da kommt die rechte, angedonnert. Und da muss er mal auf die Knie hier. Sind sie ja beide gewohnt. Slavisa Asiminovic steigt heute selber in den Ring. Der ist Boxmanager, der ist Trainer, der ist Veranstalter. Der macht eigentlich alles. Einen guten Schnaps macht er auch. Ja, und der Ushmak Tadjev, der will mehr. Hat natürlich auch einen exzellenten Trainer. Hat doch wie geäugert. Naja, ein bisschen Schlagen mit spätem Wehrbogen. Aber er hält sich das Ellenbogengelenk. Und das ist immer schlecht. Das ist eigentlich, da wollen sie nicht weitermachen. Der Kampf ist aus. Die erste Runde. Ich habe es zwar vermutet, ehrlich gesagt. Der tapferste ist er nicht. Der Anel Islahmovic. Aus Tuzla. Im Pozioner Tugowina. Zwei Siege, beide. 2014 schon. Gegen Allen und Marco Djuric. Beides Landseleute. Also super Jahr für ihn. Und das war es dann auch mit den Siegen. Man hat mehrfach in den vergangenen Jahren in Deutschland verloren. Unter anderem zweimal gegen Michael Biola. Dje Gunn aus Regensburg. Eriko Venetis aus Hamburg. Delfrim. Göktumann. Göktumann. Edgar Wald. Verloren hat er 2020 gegen Mutti Sim Ismaili und gegen Hamburger Edison Sani. Und nach der Pause, da ließ es dann wie geschmiert, alles vorzeitige Siege. Zwei gegen Ungarn. Gegen David Bartos. Den sehen wir heute auch noch. Gegen David Canales. Ja und jetzt eben hier gegen Arne Islamowitsch. Und die Frage ist natürlich, will der Kerl weitermachen mit so einer feierenden Kampf wie Lanz? Aber anscheinend scheint es ja einfach Spaß zu machen. Sonst würde er diese ganzen Mühen nicht aufzunehmen. Also, schöne Sache. Hat er von Anfang an die Stimmen richtig gelegt. Kommi, auf Wort. Gratulation. Wie sieht das aus? Freut man sich, wenn es dann zack zack geht? Oder hättest du lieber gesagt, komm, wir machen nochmal zwei, drei Runden. Ich habe dafür trainiert. Ich habe dafür trainiert, wollte ein bisschen mehr. Aber das war der Plan trotzdem, so schnell wie möglich zu beenden, den Kampf. Dafür habe ich mir trainiert. So, jetzt sagst du, wir haben dafür trainiert. Jetzt hast du natürlich hier eine absolute lebende Legende und eine annähernde Legende. Neben dir stehen da die lebende Legende mit King Arthur Gregorian, mit dem du wahrscheinlich auch trainiert hast, Robert Harutunian. Wie ist das denn? Das ist auf jeden Fall sehr geil. von diesen besten Trainern alles beigebracht zu bekommen, wenn es zum Boxen geht. Und das sieht man ja auch hier im Ring. Und nächstes Mal bringen wir mehr Leistung und es wird noch besser. Kobi, du hast alles gebracht. Also ich war ganz ehrlich, du hast durch TKO gewonnen, was willst du machen? Wie gesagt, wir haben es gesagt, Aufbaukämpfe sind wichtig, Gratulation und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Kobi. Ich möchte auch die Chance nutzen jetzt und mich bedanken bei meinem Trainer Robert Harutunian, Arthur Gregorian und auch Marlon Ismail, dass sie mir diese Chance gegeben haben, auf die Bühne hier zu kommen und überhaupt zu kämpfen. Ich bleibe dabei. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Hardwalker bin. Machen wir weiter und kommen hier stärker zurück. Wir freuen uns drauf. Dankeschön, Kobi. Wunderbar. Gratulation und neue Gruppenfolo, Kinder. So, also Hardwalker hat zugeschlagen hier direkt in der ersten Runde. So, also Hardwalker hat zugeschlagen hier direkt in der ersten Runde. So, auch mehr geht's. So, all ihr MG. So, also Feelometown hat sich, Karsom. Ioanоля. Woa? Wirklich Dichnyer ist es von Hubdar challenges. So, erstes wiedershellll auch von coop, langnen und ansonsten im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Herzlich Willkommen, Mimats! Wir kommen zu den Punktrichtern, Alexander Walter, Uwe Leuch und Rustam Reimhoff und der Mann im Ring, Francesco Gipetto. Und nun zum Boxer in der blauen Ecke. Er ist 27 Jahre alt, 1,59 Meter groß, 60,6 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 49 Kämpfe, 22 Siege, 14 davon durch Knockout. Er kommt aus Budapest, Ungarn. Herzlich Willkommen heute Abend im Ring, Yosha Baitai! Sein Gegner in der Roten Decke ist 22 Jahre jung, 1,69 Meter groß, 61,5 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz als Profi, ein Kampf, ein Sieg. Er kommt aus Wien in den Bahn, Württemberg. Herzlich Willkommen heute Abend hier mit seinem Drehter in der Ecke und seinem Vater, Mehmet Schaar! Der Cup ist angesetzt auf Führung, 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 Boxing, the Boxes, to the Center. Watch your head, respect, keep shake hands, shake hands, tip, that's it. Die Boxer sind bereit, so let the fight begin! Ja, ich bin besonders gespannt, dass Isabel Elsen-Otto da nach Hamburg gelockt hat, oder besser gesagt heute hierher. Mehmet und Ahmet Zor. Zwillinge, gibt immer mehr Zwillinge mittlerweile im Deutschen Boxen, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Und auch dieser Alter, alter Bekannter, 49 Kämpfe, 22 Siege, ging schnell. Vizepräsidentin! 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 Ja, nochmal wie. Stille mit dem Kopf. Macht nochmal Übungen. Und das, was los aus haben, war natürlich alles andere als eine glämmende Vorstellung. Das Mann ist aus Budapest, aber wenn ich mir so den Kampfrekord anschaue, das waren die Niederlagen, drei und zwar die vorzeitigen, da waren, was wir verfrüchten, gegen einen Halssport, wie diesen Zor. Und natürlich ja viele Fans, der hat Zwillinge angereist, jetzt der zweite Kampf, der zweite Sieg, im ersten musste er über vier Runden gehen, das hat ihm so gar nicht gepasst. Mehmet Sua, gewann damals gegen Panos Patsche aus Ungarn, der hat inzwischen seine Zelte in Coral Springs in Florida aufgeschlagen. Und das Ziel der weiten Zwillinge ist klar, wir wollen gemeinsam Olympiasieger werden. Jeder natürlich in einer anderen Gewichtsklasse, aber wir wollen auf dem Treppich stehen und wir haben einen Anforderung. Die berühmtesten Zwillinge in dem Boxring zurzeit, Germel und Germal Cialo, Germel Weltmeister im Superwäldergewicht, Germal WPC Weltmeister im Mittelgewicht, Beide starben aus Richmond in Texas, vorher waren auch noch Casual Zay und Karotor Galazzi aus Thailand, der Meister. Nach 53 Sekunden durch Corona jetzt in Runde, herzlichen Glückwunsch, Mehmet Sua! Ja, wenn ihr so weiter geht, so um acht, fertig hier. Ja, ist halt so. Die kommen voll konzentriert rein, die wissen, die können nur verlieren, auch wenn sie nur einen Profikampf haben. Sie wollen zeigen, was sie drauf haben. Hör mal, Gratulation, klar, ein Sieg nimmt man grundsätzlich mit, aber wenn du das da oben gehörst, das macht Spaß und natürlich auch viel, viel, viel froh sind auf mehr, oder? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass meine Jungs da sind, mich supporten. Ich habe hart trainiert, mein Zwillingsbruder ist leider erkrankt, ich bin jetzt für uns beide in den Ring gestiegen, habe mein Bestes gegeben und es geht einfach weiter. Wenn du sagst, es geht weiter, Mehmet, man hält große Stücke auf dich und das absolut zu Recht, das hast du jetzt zweimal gezeigt. Gut, das war natürlich ein ganz, ganz schnelles Ding hier. Was sind die kurzfristigen Ziele denn? Ich meine, du bist von der Familie natürlich wunderbar umgeben, das heißt also, du wirst wahrscheinlich auch schön auf dem Boden gehalten. Was sind die kurzfristigen, mittelfristigen Ziele für dich? Also, ich will mir jetzt versuchen, viel stärkere Gegner zu holen, dass ich in der Box, also Rekord weiter hoch pushe, dass ich weiter hoch komme und das sind jetzt die weiteren Ziele, dass ich auch auf 6, 18, 12 Runden komme. Genau, das ist mein Ziel. Mehmet, wenn du das bei uns machst, auf jeden Fall wunderbar weiter so, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch dabei. Mehmet Schor. Ja, schön, dass er auch diesen Ehrgeiz hat. Mehmet Schor, beide sind baden-württembergische Meister, süddeutsche Meister, deutsche Meister und Vizemeister Mehmet auch und auch Vize-Obermeister. Moin, mein Name ist Katja Umlauf. Ich bin Ihre Vertrauensfrau und Agenturinhaberin in Hamburg-Schnellsing. Mit über 10 Jahren Berufserfahrung stehen mein Team und ich Ihnen rund um das Thema Versicherung sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zur Verfügung. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden vertrauensvoll und zuverlässig die perfekte Lösung für Sie zu finden. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Katja Umlauf. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie. Oder? So, natürlich habe ich das mitbekommen. Die Kämpfer sind relativ zackig. Das heißt also, die nächsten Boxer sind auf dem Weg. Sie sind gerade dort, was so schön Kai Ebel erklärt hat, in der Kabine. Ich sehe gerade Kai Ebel und Sylvie Walker sind irgendwie unterwegs suchen nach Gesprächspartner. Herr Manjabane, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Wir haben ja schon ein paar gesehen. Tatjana Axel ist hier, Mohamedou Idrisou ebenfalls, kann man kaum übersehen. Wir werden natürlich heute Abend, ich habe es gerade schon mal gesagt, andere Kämpfe haben als diese. Das sind die Aufbaukämpfe, da denkt man sich auch manchmal, Menschenskinder bleibt stehen, Junge. Aber mitunter, egal wo sie herkommen, vielleicht ist der Punch noch ein bisschen härter gewesen. Leon Bauer betritt gerade die Halle. Leon, herzlich willkommen. Unser Felser Löwe ist da, der natürlich am 11. Mai auch wieder im Ring stehen wird in Köln. Leon, können wir davon ausgehen? Wir werden dich gleich sowieso noch vor das Mikro holen. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Einer unserer wirklich absoluten Top-Neuzugänge bei Universum. Großartiges Debüt gegeben. Also, Comeback, sagen wir es mal so, in der Kölner Motorworld im Januar gegen Timo Rost. Großartiger Sieg. Und wie gesagt, wir werden natürlich, da habe ich schon gerade drüber gesprochen, auch wieder in der Motorworld in Köln sein. Schon mal vormerken, wir haben momentan 16 Kämpfe auf der Fightcard. Ich denke mal, dass da der eine oder andere vielleicht noch rausfallen wird, aber eine grandiose Fightcard. Genau, wir haben heutigen Abend, wir haben auch hier den Kollegen vom englischen Fernsehen da. So, thank you very much for being here tonight. We're going live with the Colin Fight on the channel. That's perfect. Das heißt also, wir übertragen heute Abend sowieso in sechs Länder. Sechs Kanäle, sechs Länder darunter. RTL Türkei, RTL Kroatien wird mit dabei sein. Natürlich Luka Plantic, absoluter Nationalheld. Und dementsprechend wird es spannend, bleibt es spannend. Und ich schaue mich mal so ganz kurz eben um im Rund. Es ist noch ein bisschen Licht im Gebein, aber definitiv wird es gleich voll werden. Kurze Frage. Ich glaube, wir haben unseren ersten Kämpfer stehen. Jawohl, da ist er. Deswegen machen wir gleich weiter. Im Super-Welter-Gewicht. Angesetzt auf sechs Trinken. Oh, ich höre gerade, wir haben ein Interview, was gerade frisch reingekommen ist. Ja dann, haut es mir um die Ohren. Wer ist wo, wer ist wann? Ich gebe einfach mal kurz an euch ab. Ja, das bin ich, lieber Kai. Denn ich stehe mit Leon Bauer an meiner Seite. Ich habe ihn gleich abgefangen. Du hast es ja schon angekündigt gehabt. Leon, heute mal als Zuschauer. Wie fühlt sich das an? Ich bin zum allerersten Mal bei Universum als Zuschauer. Und ich freue mich mega. Ich freue mich auf geile Kämpfe. Um endlich mal nett als Akrobat, sondern einfach mal als genütlicher Zuschauer auf der Bank zu sitzen. Und das Ganze genüsslich anzuschauen. Und ich freue mich mega auf einen geilen Kampfabend. Auf super viele Kämpfe. Und auf einige von unseren Jungs im Ring zu sehen. Und ich habe Lust. Doch. Und vor allen Dingen, wir werden dich gleich noch hören. Du wirst auch neben Matthias nochmal sitzen. Co-kommentieren. Wir freuen uns, dass du da bist. Ruhe dich noch ein bisschen aus. Du weißt, danach brennt hier der Ring. Und bis gleich. Sehr schön. Ich freue mich. Viel Spaß. Egal ob in der Arena oder daheim vor deinem Bildschirm. Wir zählen auf euch. Super. Dann kannst du meinen Job übernehmen. Den überlasse ich schön dir heute. Ja, herzlichen Dank, Leon Bauer. Leon, ganz kurz eben. Ich habe gehört, dein Bruder ist jetzt auch mit von der Partie am 11. Also die ganze Familie boxt. Wunderbar. Grandios. Also Universum Box Promotion hat Zulauf. Und ich höre nach wie vor, da steht zwar einer. Aber zum Boxkampf gehören zwei. Auch wenn sich das gerade so ein bisschen anders angefühlt hat. Natürlich machen wir weiter. Am heutigen Abend, schon gesagt, mit dem Kallenkampf gegen Plantisch. Einer der auf jeden Fall angesagtesten. Und natürlich Serka kümmert. Von dem sehr viel erwartet wird. Ich glaube, er erwartet von sich selbst natürlich mit das meiste. Und das wird sich am heutigen Abend zeigen. Starker Gegner, den er da vorgesetzt bekommt. Genauso wie Florian Schulz. Eines der vielleicht größten Schwergewicht-Talente in Deutschland. Und es kann mal wieder einen Schulz geben. Vielleicht auch einen Schulz, der dann tatsächlich Weltmeister wird. Wir werden es sehen. Also im Schwergewicht ist definitiv Universum Boxing stark aufgestellt. Auch das werden wir dann am 11. definitiv sehen. Und heute Abend Florian Schulz mit seinem dritten Profikampf. Nach einer wunderbaren Amateur-Laufbahn, die er hinter sich hat. Und natürlich werden wir auch einen, ja, ich sag mal Amateur-Kampf am heutigen Abend sehen. Slavisa Semyonovic, sehr, sehr erfahrener Boxer. Der hat heute Abend den ersten und einzigen, tatsächlich weltweit einzigen Chiropraktiker für Wildkatzen. Seki wird heute Abend hier im Ring stehen. Sehr, sehr cooler Typ, der gesagt hat, ich möchte nicht beim großen Promi-Boxen dabei sein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte mich wirklich hier mit einem richtigen Boxer messen. Auch das werden wir haben. Und jetzt sind wir vollzählig, wie ich gerade gehört habe, aus der Regie. Dementsprechend kommen wir jetzt zum eben schon von mir angekündigten Super-Welt-Der-Gewicht-Kampf. Angesetzt auf sechs Runden. Und ich rufe in den Ring aus Ungarn. Djörgy Misaj. Und ich rufe in den Ring aus Ungarn. Und wir kommen zu seinem Gegner in der Roten Ecke. Außer-Albanien gebürtig, wohnhaft. In London, Großbritannien. Herzlich willkommen und willkommen, Julio Vrenocci. Musik. Das war's. Das war's. Und willkommen zu den offiziellen Die-Punkt-Richter. Rüstam Raimov, Alexander Walter und Francesco Gipetto. Der Mann im Ring, Uwe Lorsch. Und wir kommen zum Boxer in der blauen Ecke. Er ist 30 Jahre alt. Einer mit der 75 groß, 70,1 Kilogramm schwer. Er kommt aus Ungarn, hat eine Kampfbilanz von 62 Kämpfen, 28 Siegen, 15 K.O. und zwei unentschieden. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Cherzi Misei. Sein Gegner in der roten Ecke ist 31 Jahre alt. Einer mit der 77 groß, 68,8 Kilogramm schwer. Seine Erfolge. 13 Mal albanischer Nationalschäm. 6 Mal europäischer Goldmedaillengewinner. Und er war 2012 bei den Olympischen Spielen. Meine Damen und Herren, in seiner Ecke, sein Trainer, Torren James, Ariel Busi und Catman, Alexander Philipp. Herzlich willkommen aus Albanien, Wohnaft in London, Giulio Renati. Der Kampf ist angesetzt auf 6 Rund 6 Rounds of Boxes. In der Box ist, to the center. Giulio, 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 Giulio. Ja, dieser Georgi Mischal ist auch so eine bunte Gerze. Wenn er gut drauf ist, dann kann er auch gegen sehr gute Leute über die Runde gehen. Und wenn er nicht gut drauf ist, dann legt er sich eben auch mal hin, so wie es Kollegen vor allem auch gemacht hat. Also, hoffen wir mal, dass er ein anständiger Gegner sein wird. Ich hoffe, Julio Renati, den Albaner, der in London lebt. Profi 2015 ist er geworden. Georgi Mischal kämpft aus der blauen Ecke. Georgi Mischal kämpft aus der blauen Ecke. Ja, der kann schon Bock sein, wenn er will. Der Mischal. Nummer 5. In der ungarischen Boxrecke. Rangnäste im Wältergewicht. 3,75 Meter ist er groß. Nehmen sich beide eben nicht viel. 13 Mal ungarischer Meister im Leichtgewicht gewesen. Nicht 13 Mal, 2013 natürlich. Ungarischer Meister im Leichtgewicht. Istvan Nagy. 2014, EBU-Europe-Champions gegen den in Italien, den im Kubaner Pirunet, Zamau und so Kubaner, den muss man erst mal besiegen können. Die kommen ja alle mit einer vortrefflichen Ausbildung nach Europa oder nach Amerika. Ja, macht er gut Druck. Der Julio Renazzi. Und Michael so mit seiner ihm eigenen lockeren, lässigen Art versucht, seine Gegend zu halten. Ein bisschen kurz gewesen ist der Haken von Renazzi. Na, das hat schon eh was mit Boxen zu tun. Was die beiden hier jetzt veranstalten. Albaner, sehr kampfstarkes Land. Nicht nur am Boxen, ne? Auch am Geekboxen, am Ballboxen. Ist vorne mit dabei? Also, die erste Runde geht an der Redner-Zieh. Dann hat ja die ganze Mannschaft mitgebracht. Michael gibt es ja bescheidener. Man hat bei den E-Steinen halt so den Eindruck, als ob er nicht voll durchzieht, sondern immer so ein bisschen anstupst. Second Satch. Ja, und er hat auf Fans mitgebracht von der Insel. Der Julio Renazzi. Ja, man sagt, die Körper haben schön aufwärtshaken jetzt. Vor allem von Renazzi. Wer macht mehr als engagierter, der ist hier rübergekommen. Nach Baden-Württemberg. Um den Kampf zu gewinnen. Und weiter in der Radlässe nach vorne. Also, es ist ja, dass wir nicht von irgendeinem Umgang mit einem nicht ganz so gut Kaffee aufhalten zu lassen. Ja, Trump, eine Dinger, die er da hat, feuer ist. Immer wieder dieser kurzen Haken zum Körper. Ja, und jetzt beim Missstein, wir haben sie ein bisschen vermalig. Schöne, die er hat gut zahlungen. Man hat mehr Zucker dahinter vom Albaner. Schön, die Rechte. Wer macht gemächtig Druck? Möchtet ihr auch diesen Kampf vorzeitig gewinnen? Oh, jawoll. Noch mal schön, die letzten 10 Sekunden, die Bauchfalten da von Milchscheibe arbeitet. Das bringt natürlich Punkte und das bringt ihn auf den Punktensätteln, der Punktkrieg nach vorne. Julio Vrenozzi, 31. Jahre alt, in der 4, in Albanien geboren, lebt heute in London, habe ich vorhin schon mal gesagt gehabt. Kämpft in erster Linie in Italien, Großbritannien. Und trat zuletzt auch einmal in Albanien auf, in seiner Geburtsstadt 4. Sie sieht die Tor zur Begeisterung seiner Fans. Zinizia Skabbenic aus Bosnien-Herzegovina in der 2. Runde. Runde 3, Rund 3. Heute kämpft er zum ersten Mal in Deutschland. Und wenn er hier also weiter Leistung zeigt, dann wird er nicht das letzte Mal sein, dass Ismail Oelsen-Otto ihn da einlädt. Und eins ist auch klar, wenn du einen guten Al-Bana hast, der bringt immer mal Zuschauer hin. Sehr sportbegeistertes Land. Das war zu wenig für euch, um in der Hand zu zählen. Und immer voll durchgezogen. Ja, der Gerda sprüht vor Energie. 29 Siege hat er den Mischa, 33 Niederlagen, 25 Vorzeiten. Nure Nozzi, 26 Kämpfe, 20 Siege, nur 5 vorzeitige Runde, man sich bei der Schlagerherde, die er hier heute an den Tag legt. Sechs Niederlagen, dreimal erwischt er es jeden vor dem Gorn. Ja, guter Kampf. Der hat sich vorgenommen, hier über die Runden zu kommen. Das sieht man. Das drückt natürlich auch die Börse, wenn man weiß, dass da einer kommt, der nicht lieber hinlegt. Volles Fund nimmt er. Zwei Hadegörbertreffer, das macht er wirklich ausgezeichnet. Der Brennozzi, dass er immer kurz vor Ende der Runde nochmal weiß, wo er dahin zu hauen hat. Sehr gut, sehr gut. Du bist näher. Und wenn er dich beginnt, du stehst... Ja, jetzt geht es um mich. Das ist ein Brennozzi. 2023 und 2022 war er in Kanada oft unterwegs, allerdings wenig erfolgreich und verlor er nach Punkten. Gegen den Inder Sukhdeb Sinti, immerhin die Nummer 25 in der Welt. Gegen den Kanadier, Jörg Schwagener durch K.O. Und jetzt drei. Aber der Rennozzi hat sich auch in der Weltwandel jetzt in der Freundin gekämpft, Nummer 29 gesagt. Nummer vier in Albanien. Ja, das sind nur die Typen, die können so heimlich, still und leise angeflattert. Ja, immer beweglich, immer darauf bedacht. Und dann selbst die Linke und die Rechte zu bringen. War hier schön, zwar an der Kopf, an der Körper und geht sofort hinterher. Ja, regelrecht mit drei Jahren jetzt. Der Michael hatte alle Fäuste voll zu tun, sich da diesem albanischen Wirbelwinter entgegengesetzt. Und dann doch runter, aber wir seien aber nicht gut bei einem. Leute zählt, Leute schauen ihm in die Augen. Das macht er. Ja, gibt ihm mal frei. Ja, das sind ja auch verdammt harte Knaller, die er da abfeuert. Jetzt macht er Lust, er will Schluss machen. Michael mit riesigen Problemschäden am Ring greifen, weil das nicht falsch ist. Er muss sich bewegen. Geht er auf die Knie, wird angezählt, das zeigt er sofort, keine Schlagwirkung. Und auch, ich sage, egal, er zählt. Er zählt und kommt, gibt's nochmal frei. Da kommt er wieder. Bums. Halleluja. Er hat gern auch Energie, der Bursche. Ja, das sind die Kämpfe, die die Leute sehen wollen im Vorprogramm. Da wird alles aus sich rausgeholt. Da lassen sie die Beuße nehmen. Und auch der Mischteier nimmt hier ein gutes Bild ab. So, was zeigt das Mädel an? Fünfte Runde kommt. Ja, geht schnell hier. Unterhaltsame Kämpfe geht immer schnell vorbei. Und das ist ja ein unterhaltsamer Kamp. Wenn man sich die Namen anschaut, Giorgi Mistai gegen Galujo Vrenotti. Da hätten die wenigsten hier so ein Feuerwerk erwartet. Aber der Guglio Vrenotti, der ist ja nicht zu halten, der Ersten widerschlagen. 2016 verlor der Mischteier um die internationale deutsche Meisterschaft gegen Robi Bebrahm, der damals noch als riesengroßes Talent wie so heute immer noch. Natürlich ein bisschen älterer waren. Er hat auch schön weggenagelt. Das ist feste Bestandteil der Münchner Boxszene, der Robi Bebrahm. Und die haben sie sehen lassen. Das ist so die Bannruhe Begänzer, die sie abgeliefert haben im letzten vergangenen Jahr. Mal einen Abend nur mit Münchner Talenten. Klasse Veranstaltung. Mafer Laufen Nein, die bouffeln länger. Da fackelt er nicht lange. Da schreit sich der Mischa in den Weg und dann kommen sie angeflogen. Immer noch beweglich, aber immer noch angriffslustig. Hüte! 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 Mittlerweile haben die deutschen Dockpromotoren auch betrifft, dass man international auch Geld verdienen kann, wenn die Gäste übertragen werden, wenn dann gute Gegner gestellt werden. Hüte! 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 Sord, Zwillingsbrüder, eingekauft. Güler, also einem ganz großen Talente im Vorgsport. Hier zur Arena-Dogspromot, Universum Boxing, da wiegt man das oben. Den Namen wird man sich in Deutschland merken müssen. Denn es werden nicht einfach wild und blind in der Lente geholt und mit Blick darauf, dass er den Schafen verkauft. Das ist jetzt genau nachgedacht, was kann der bringen. Kann der uns nach vorne bringen, können wir ihn nach vorne bringen. Das hat gesagt, dass die Wahl war. Bei der nächsten Veranstaltung wieder zuschreiben, wenn der Junge da in den Ring springt. Ja, Michelei hat 2022 die letzten drei Kämpfe bestritten. Drei und zwar hat die gar nicht in den Ring gestiegen. Drei Niederlagen. Nach Punkten gegen Anas Elavit aus Aachen war die 9-0. Jeweils in der dritten Runde gegen den in England lebenden Katalin Paragiawanu und gegen den Operaner Betia Ai. Im September Boxing an der Europameisterschaft, die IBF European Championship. gegen den italienischen Mongelli aus der Aachen war. Und hinterher. Jawoll, kurz abgezogen. Und dann wieder vor euch. Die Szene kennen wir schon. Na, der ist noch mal leiden. Ich glaube auch abbrechen, hat er keine Chance. Er hat ja keine Chance, der Bursche. Der wird wieder verfolgt. Schön. Er ist auf der Innenbahn durchgekommen. Hat er auch mal getroffen. Aber da, der lässt nicht locker. Dann kommt wieder der ja hinterher und will wieder in den Ungarn festbeißen. So, wie lange geht es noch? 32, 49, 48 Sekunden. Junia, Junia, Junia! Junia! Junia, Junia, Junia! Junia! nonprofits Georgi Michthai, heute mal von der guten Seite, die man ja auch kennt. Wie gesagt, 22, da hat er alle Gästen von der Punkten nur verloren. So geht es eben auch. Da kann man auch erhoffen, der Hauptsache ist dann wieder die Feinreife am Treten. Und das kannte Herr Kulio Renazzi sowieso. Und das sind natürlich auch so Typen, die man in England liebt. Diese Beißer, diese harten Hunde, die da hinterher marschieren. Und jede Chance nutzen, den Sieg irgendwie vorzeitig dazuholen. Da hat es schön gelaufen. Er hat Eise gegeben, der Georgi. Das war zu wenig. Ja, da war mir natürlich auch das Urteil ab, wirklich. Der wird auch nicht mehr Weltmeister, der Renazzi auf keinen Fall. Aber den kann man ins Ausland schicken. Der kann sein Landgut verkaufen. Und seine Landsleute, die hören jetzt, die können stolz auf ihn sein. Und das ist ja das Wichtigste, gerade bei den Kämpfern der Albanien aus dem Kosovo, der Stolz über die Leistung. Ja, er hat eine schön feste Läuche, damit der Mischer eben da nicht wischt. Sein Sohnbox auch, der voll rei. The scores, unanimous decision, einstelliges Punkt, Richter, aber zwei. Und damit Sieger, the winner from Albania, Julio Vrenazzi. Aber einen riesengroßen Applaus und Dankeschön. Thank you very much. Und a big applause for Georgi Mischai. So, Julio, congratulations. The Albanian storm. Was the storm tonight you expected? I expect a normal fight. So, I am not searching for the KO. Just I wanted to box. But the opponent was moving a lot. Was a bit difficult to cut him off on the corners. But I tried three times for the KO. It didn't happen. I am happy with the win. So, I am happy. And I want to thank you, Universium, for the opportunity that gave me. Ismail Marlon for the opportunity to fight in this beautiful show. I want to thank my fans over there, my sponsors. Who they make all the road to come and support me for this fight. I really thank all the fans from watching live from the television. So, let's see on the next one now. So, one victory more. Let's go in for another one. Thank you, everyone. Thank you. Absolutely. Absolutely. You know, guys, that's absolutely fantastic. That's super genial. So, it was a little bit like a home fight. You know, it was insane. I don't know. The guy from Hungary. He came with a few fellas, you know. They lost in the first round. But he was a hard dog. You know, he was really not a journeyman. You cannot say something like this. Because, you know, he was absolutely fighting hard with you. I want to say that the opponent has more fights than me. He has around 70 fights. So, he has fought everyone. He has a lot of experience on this ring. So, he knows how to fight. He knows how to survive. He knows very well this game. So, it's not the first time he's facing a boxer in the ring. But he did it good. So, I did it good. I am happy for him. I am happy for me. You did it better. You did it better. I assure you, you know. You're more than welcome with your team, I think. You know, Marlon, you have the same opinion. Very happy to have you here. Congratulations once again. Julio. Ja, Marlon Eschebaden. So, ich habe gehört, ich gebe jetzt gleich ab an meine Kollegin. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oder gebe ich an Kai Ebelat. Ich weiß, ich gebe einfach an irgendjemanden ab. Es wird schon das Richtige dabei rauskommen. Meine Herren. Oh, Mann, Kai Petzmann, das war aber auch schon mal besser. Die Übergaben, ne? Das üben wir nochmal. Wie hat der Kollege Ebelat? Ja, der will auch immer am Strand nicht stehen, aber der kommt nach mir dran. Jetzt habe ich eh nicht vorgedrängt. Aber du hättest schön übernehmen können bei Tim Fessing. Ich hätte ihm so gerne gegönnt, den Namen nochmal so schön auszusprechen, wie das und da Kai Petzmann macht. Tim, vor zwei Wochen wurdest du bejubelt im Ring, hast gewonnen. Hat aufs Herz? In diesem Moment, was wäre dir lieber, im Ring zu stehen oder heute echt den ruhigen Abend zu haben? Um ehrlich zu sein, steht man, glaube ich, als Sportler immer gerne im Ring und hat viel Spaß dabei und hat viel Freude. Aber auf der anderen Seite ist es auch mal schön zuzuschauen. Vor allem nervös bin ich, wenn Freunde boxen. Aber am liebsten steht man natürlich immer selber im Ring und macht das, was man liebt. Auf welchen Kampf freust du dich heute am meisten? Ich glaube, ein guter Boxkampf wird vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er auf Augenhöhe stattfindet. Und ich glaube, der Kampf, der am härtesten konkurriert wird und auf einem hohen sportlichen Niveau ist, ist Luca Plantage gegen Jack Cullen. Ich glaube, da bekommen wir eine Kombination aus hohem Niveau und eben einen absoluten Kampf auf Augenhöhe. Ich glaube, dementsprechend können wir da ein Feuerwerk erwarten. Aber was glaubst du denn, wer wird dann den WBC-Gürtel heute Abend um den Bauch geschnallt bekommen? Ich glaube schon, dass es final Luca Plantage wird, aber ich glaube, es wird keine einfache Aufgabe heute. Apropos keine einfache Aufgabe. Wir haben vorhin über die Wichtigkeit dieser Vorkämpfe auch gesprochen. Wie wichtig ist es denn auch für einen Boxer, um seine Karriere aufzubauen? Definitiv ist es wichtig. Ich meine, gerade auch für die Jungs, die jetzt gerade anfangen, ihre Profikarriere aufzubauen und noch nie auf einer großen Bühne gestanden haben, ist es einfach super. Erstmal Erfahrungen zu sammeln und vielleicht nicht direkt im Mittelpunkt zu stehen und dass noch 100 Leute was von einem wollen, sondern erstmal die Luft schon mal zu schnuppern und schon mal zu wissen, wie es ist, da zu stehen. Und ich glaube, dann ist es, wenn es an die harten Kämpfe geht, auch einfacher. Was ist heutzutage wichtiger? Weil das Boxen entwickelt sich ja immer weiter. Talent oder richtiges Können oder dann doch auch das Köpfchen? Das ist das, was mich an Boxsport so fasziniert. Ich glaube, der Boxsport ist eben nicht nur das eine. Ich meine, letzten Endes sagt man ja immer, Talent ist das eine, aber Fleiß schlägt irgendwann Talent. Aber ich glaube, dass eben Boxen, für mich ist es eben dieses dynamische Schachspiel, eben eine Kombination aus der mentalen Stärke, der boxerischen Intelligenz, der Physis und auch noch eine gewisse talentarische Veranlagung. Wie sieht es bei dir aus? Warten sehen wir dich wieder im Ring? Nächstes Event für mich ist geplant in Essen im November. Und ich hoffe dann auch irgendwann mal hier bei Universum Boxen. Und ich würde jetzt einfach mal abgeben an Kai Ebel, denn wir haben gerade über die WBC gesprochen, um den Gürtel und der hat jetzt jemanden wichtigen neben sich stehen. Ja, ich habe zumindest jemanden neben mich stehen, der ausgewiesenermaßen ein Schwergewicht ist, der schon seit Jahrzehnten immer im Ring steht, da noch nicht K.O. gegangen ist und er geht immer über die Runden. Das ist das Schöne, denn er ist Ring- und Punktrichter. Jürgen Langhoff, er hat so ziemlich alles gesehen, was Rang und Namen hat. Aber ist man trotzdem, du machst jetzt gleich den nächsten Kampf auch, ist man vorher immer noch ein Stück weit nervös, Jürgen? Auf jeden Fall. Man muss sich mental vorbereiten auf jeden Kampf. Denn man muss fokussiert und konzentriert sein, extrem konzentriert sein, damit einem keine Fehler passieren. Das geht ja schnell. Und von daher ist das immer so ein religiöser Prozess bis zum Kampfbeginn, wie man durchläuft. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, so spaßeshalber immer über die Runden gegangen, aber mal ohne Quatsch, wenn man immer über die Runden geht, eine gewisse körperliche Voraussetzung sollte man ja als Ringrichter auch mitbringen, großes Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall. Körperliche Fitness ist eine Grundvoraussetzung für einen Ringrichter, auch für einen Punktrichter. Die Konzentration, die fordert viel konditionelle Fitness ab und wenn man die nicht mitbringt, dann kann man nicht gute Leistungen zeigen. Dankeschön, Jürgen Langhoff. Und wir haben besonders exklusiven Service heute für alle, die hier sind, denn wir können exklusiv immer in die Kabinen der Boxer gucken. Das sehen wir dann auf der LED-Leinwand. Da sehen wir gerade, da werden die Hände gewickelt und da herrscht dann, ja, im Moment sogar eine ziemliche Ruhe. Hinten sehen wir auch Arthur Gregorian, der sich das in Ruhe das Bandagenwickeln anguckt. Der wird sich dann auch gerne vorher warm gemacht. Aber auch hier, da sieht man, das wird nicht der nächste Kampf sein. Der hat die Bandagen noch gar nicht an. Aber in so eine kleine Kabine sehen wir, da gehen zwei, vier, fünf Leute und vielleicht sogar noch mehr rein. Also, weiterhin werden wir das bieten. Wir haben tolle Kämpfe noch bevorstehen und einige Blicke in die Kabine werden wir auch noch haben. Aber der direkte Blick geht eigentlich immer in den Ring. Also, viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich. Was denn passiert vorhin? Nicht so. Nicht so. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Moin, mein Name ist Katja Umlauf. Ich bin ihre Vertrauensfrau und Agenturinhaberin in Hamburg-Schnellse. Mit über zehn Jahren Berufserfahrung stehen mein Team und ich Ihnen rund um das Thema Versicherung sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zur Verfügung. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden vertrauensvoll und zuverlässig die perfekte Lösung für sie zu finden. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Katja Umlauf. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Aufmerksamkeit. Die Leitungen sind die Schäden, die Gäste und die Schäden sind die Schäden. Sie haben zur Gebäude und die Schäden oder die Schäden sind die Schäden, die der Schäden sind die Schäden sind die Schäden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was geht ab, Leute? Darmstadt Power Rangers sind hier heute am Start. Ich hoffe, ihr genießt die Show heute. Setzt euch hin, macht euch gemütlich, holt euch eine Birche. Wir drehen heute richtig ab. Macht euch bereit für die neue deutsche Welle. Wir drehen heute richtig ab. Wir drehen heute richtig ab. Was hast du gehabt? Was hast du gehabt? Ich hab das bei kurzem, kurzem, kurzem. Ich war bei drei Wallen im Racken. 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 Und wir kommen zum Boxer in der Roten Ecke. Herzlich Willkommen aus Wiesbaden, Nadir Elbaki! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr beweglich im Obokab auch. Ein bisschen überraschend in deinen Aktionen manchmal, der Nadia El-Bagri. Jawohl, hinterher, ich sage rechte. Also, die kämpfen bislang, so wie man sie erwartet hat, mit Ausnahme von Mischai gegen den Albaner. Das war wirklich eine starke Leistung bei beiden. Und verdient der Sieg für Julio Veren-Nazi. Ich lebe in 9. Die Box sehr offen, der Nadia El-Bagri. Die Box mit das Golden Boxing-Gym in Wiesbaden, da sein Vater mitgegründet hat. Natürlich ist klar, dass er ein Mitglied ist. Hier ist doch der Daddy in der Ecke mit seinem Sohn. Der Betreuer von David Bottos war mal Europameister, hat Kai Ebel gesagt. Ja. Zoltan Beres, vollkommen überraschend, habe ich da die Melodie ergeben. Schnappt. Ja, der Dinger. Und er sinkt einfach langsam den Boden. David Bottos. Na, der ist ein bisschen durch, ist schon aufgesetzt. Da sie ihm aufskippt, der Kampf nochmal frei, oder? Ja, und die Rechte zweimal, dreimal nochmal zum Kopf, zum Körper. Und da wackelt er irgendwie nachher vor dem Nadia El-Bagri. Und weiß nicht so recht, was er tun soll. Also, ich würde mal sagen, der zwölfte vorzeitige Schlappe, der da bevor, für den David Bottos. Komm, bricht den Kampf ab. Bringt ja eh nichts. Na, er gibt nochmal frei. Dann macht er sich klein. Und dann wächst er da über die Jena aus, der Nadia El-Bagri. Na, jetzt klammert er noch, der David Bottos. Der hat nichts los heute mit den ungarischen Boxkünstlern. Mal mit Ausnahme, er soll nicht sein, der ein paar bewerbenswerte Sekunden hatte in dem Kopf. Aber natürlich auch keine Chance. Ja, für langsam machen, der El-Bagri noch eine Runde mitnehmen. Nicht überrasen. So, die Runde ist noch up. War aber natürlich auch nur sehr schwer zu schlagen. Der Nadia El-Bagri. Der Nächste mit seinem Freund Arma Shaoui zu den Profis. Er war bei der Matheören süddeutscher Meister, Brandenburg-Cupsieger, deutscher Kadettenmeister 2017 wie Leon. Beowicz, dem Sachsenmeister, bis es 737-Gitler war. Da haben wir kaum was auf dem Rippen gehabt. 2018, deutscher Juniorenmeister gegen Ole Hermann aus Mecklenburg. War ein schönes Ding da. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt das Ziel vor Augen hat, den Kampf zu beenden. Der Mann in der schwarzen Hose natürlich. Er darf nicht ganzes Tempo rausnehmen, dann hat hier El-Bagri. Er hat auf die Anweisung seiner Ecke gehört und gesagt, na gut, dann warte ich noch die 10. Sekunden ab. So, und jetzt waren sie wieder. Die Hämmerk-Bombs! Halleluja! Kopftreffer! Ja, der Ramm auf der Schlauze ist ganz in aller Ruhe an. Aber beim nächsten Jahrstark würde ich sagen, machen wir mal dem grausamen Ding hier ein Ende. Ja, das klemmt man mit dem Kopf da zwischen den Seilen. Mundstück verloren. Ja, der sprüht für Energie, der Nadia El-Bagri, der will jetzt in den Bergen machen. David Potosch unterlag im September 2019 in Friedrichshafen, dem Kroaten Ariane Goriki. Davor in Dien gegen Manuel Stephan und in Dublin gegen Karl McDonald. 2020 die erste FIFA-Unterlage beim Debüt der 17-Jährigen Tom Sander. Ja, der hat den ja richtig fokussiert. Und dann Tom Sander soll ja auch wieder in den Ring zurücksteigen. Ja, der nimmt die Fäuste gar nicht mehr hoch. Ja, der gibt ja so nochmal frei. Zack. Und das war's. David Potos. Taucht da ab, ohne sich groß gewehrt zu haben. Und naja, Nadia El-Bagri, der hat seinen zweiten Kampf gewonnen. Sein Dubé-Debüt. Da feiert er seinen Sieg über den Georgian Nukri Gangebeli. Er hat sich ein bisschen mehr gewährt als der David Potos. Ist natürlich auch nicht mehr so einfach, wenn wir solche Kampfer haben, die geeigneten Gegner zu finden. Viele sind eben zu schwach für diese heißherzigen, heißblütigen Nachfolge. Nachwuchsleute, die natürlich allen beweisen wollen, wie gut sie sind. Und so ganz routiniert sollte man auch nicht holen. Dann hat man auch schon seine Überraschung erlebt. Aber was mir gefällt hier an, ob es nur Nadia El-Bagri ist, ob es... der Mehmet Zor oder Motelion, Uschvak, Taljev, die wollen. Die sind heiß. Auf Siege. Die wollen nach vorne kommen. Die wollen nichts geschenkt haben. Sondern die knallen sich da. Nach Lust und Laune durch die Reihen der schwachen Gegner. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch technischen Knockout in der dritten Runde nach 2 Minuten und 31 Sekunden. Und damit nach wie vor ungeschlagen. Gratulation, Nadia El-Bagri. Gratulation und sage schön natürlich an David Butosch aus Ungarn. Und das Interview wird geführt von meiner lieb reizenden Kollegin Sylvie Walker. Nadia, das ist aber der Mann hier im Ring. Ja, da wird sich nochmal geherzt. Glückwunsch zum Sieg. Ich fand es so schön, Matthias Preuß, unser Kommentator, sagt einfach, der legt los wie die Feuerwehr. Hat sich durchgezogen, du hast den Brand gelöscht. Wie wichtig und wie gut war dieser Sieg für dich? Also, jeder Sieg ist erstens wichtig. Aber dieser Sieg war am wichtigsten gerade für mich. Vor allem wegen den ganzen Zuschauern hier bei Universum zu boxen. Dankeschön, Zuschauer. Und es war eine Ehre hier zu boxen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tolle Stimmung hier. Und ich bedanke mich bei jedem, die hier zahlreich gekommen sind. Vielen Dank. Vor allem, ich glaube, der Gruß geht in diese Richtung, weil du siehst, die feiern dich. Frenetisch, warst du schon? Nadia, weil wir immer wieder auch an diesem Abend nochmal aufgreifen wollen, wie wichtig diese Vorkämpfe sind. Wie wichtig ist das für euch, Boxer, auch in dieser Entwicklung? Also, für die Entwicklung ist es auf jeden Fall, dass man sich motiviert, eines Tages selber ein Hauptkampf zu sein. Und vielleicht zieht man den einen oder anderen noch an bei den Vorkämpfen, dass sie vielleicht bei den nächsten Kämpfen auch dabei sind bei den Vorkämpfen oder halt mehr dabei sind. Und eines Tages kann man selber als Hauptkampf zulegen und dass die Zuschauer dann auch sich das Gesicht gemerkt haben und gesehen haben, was für eine Entwicklung der Typ gemacht hat. Wir haben es auch gerade schon von Tim Fursing gehört, also Intelligenz, Talent und eben auch das Können gehören dazu. Und das kannst du dir erarbeiten. Wie sind deine Ziele jetzt? Meine Ziele, erstmal will ich, dass man auf mich aufmerksam wird. Ich trainiere weiter, noch härter und wird eines Tages noch besser und besser, sodass ich irgendwann mal der Beste sein kann, die Nummer Eins. Dankeschön. Dankeschön. Ja, mein Ziel ist jetzt auf einmal die weiteren Kämpfe zu bestreiten und alle, so Gott will, siegreich zu gestalten und aufmerksam auf mich zu machen. Sehr schön. Genieß deinen Sieg und ich bin jetzt richtig gespannt, denn Kai Petzmann hat es schon angekündigt. Jetzt kommt jemand, der kann die Raubkatzen beschwören, beziehungsweise wieder einrenken. Er wird wahrscheinlich bei seinem Gegner heute was ausrenken wollen. Das lasse ich jetzt Kai Petzmann übrig, wie der das Ganze anmoderieren wird. Und wir sind gleich wieder bei euch. Was geht Freunde, hier ist euer Frank Kilp. Setzt euch schon mal hin, gleich beginnt die Show. Ich hoffe, ich höre euch alle lautstark. Lasst uns abdrehen. Ja! Ja! Das war's. Meine Damen und Herren, willkommen zu dem Kampf, den wir vorher schon angekündigt haben. Es ist ein Exhibition-Fight. Das bedeutet im Klartext, die Runden gehen über zwei Minuten, nicht über drei Minuten. Und wir haben zwei grundunterschiedliche Typen im Ring. Der eine hat heute Abend seinen 111. Kampf. Slavica Sibionovic und sein Gegner, der hat heute Abend seinen ersten Kampf. Allerdings steht der auch normalerweise nicht im Ring, sondern es ist der einzige weltweite Tier, Physiotherapeut. Er selbst ist auch Chiropraktiker. Also er legt auch Hand an Menschen an und hat gesagt, ich wollte immer boxen, das war immer mein Traum, aber ich möchte nicht irgendwo rummelboxen, ich möchte nicht irgendwo einen Influencer-Fight. Ich möchte versuchen, wie es ist, gegen einen echten Boxer im Ring zu stehen. Und dass wir doch heute Abend machen, wie er sich dabei schlägt, das werden wir jetzt sehen. Und zwar genau in diesem Augenblick. Denn wir gehen ins Schwergewicht. Angesetzt ist der Kampf auf vier Runden. Wie gesagt, keine drei, sondern zwei Minuten. Und ich rufe in den Ring den erfahrenen Boxer aus Bosnien und Herzegowina. Nicht nur erfahrener Boxer, sondern erfahrener Trainer. Herzlich willkommen, Slavisa Simijunovic. Herzlich willkommen, Slavisa Simijunovic. Zu dem Bann, bei dem Adrenalin wahrscheinlich jetzt aus der Luft zu schneiden ist. Gebürtig in Essen, wohnhaft in Zürich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Zakaria Siki Leitgen. Vielen Dank. Willkommen im Ring, Zakaria Seki Leitgen! Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir als pumpenden Ringrichter am heutigen Abend nicht nur einen der Besten seiner Zunft in Deutschland, sondern wirklich weltweit haben, der später noch beim WBC-Titelkampf punkten wird. Herzlich willkommen als pumpender Ringrichter Jürgen Langos! Und nun zur Boxer in der blauen Ecke. Er ist 45 Jahre jung, 1,75 Meter groß, 86,1 Kilogramm schwer. Am heutigen Abend der 111. Kampf, den er im Ring bestreitet. 41 gewonnen, 33 durch Knockout. Als Trainer wie als Boxer erfolgreich. In seiner Ecke, Schulter und Bilde, Schwa, Damen und Herren, herzlich willkommen! Ein alter Bekannter, Slavisa Simeonowitsch! Und der Mann, der es normalerweise im privaten Leben und im beruflichen Leben mit den großen Raubkatzen zu tun hat. Heute Abend zum ersten Mal im Ring. 27 Jahre alt, 1,87 Meter groß, 89,9 Kilogramm schwer. Geboren in Essen, wohnhaft in Zürich, Schwitzerland und er tritt an für Level Up Gym. In seiner Ecke, Kattnerner-Coach Timo Ernst, Fico und Mehran. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Schakaria, Siki, Leipke! Vier Runden, vier Runden, vier Rounds und die Boxer zum Mädchen! Okay, gentlemen, you receive your instruction in the dressing room. I expect a clean and fair fight. Listen at all time to my commands and protect yourself at any time. Okay, touch glove and good luck. Okay. Ja, viel lobt für Jürgen Langhorst. Die Kämpfe sind bereit, so let the fight begin! Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Punkt- und Ringrichter ist auch ein guter Freund. Das darf man nicht vergessen. Bei all der Hektik, die dieser Schwarze mit sich bringt. Ja, man nimmt mit schnellen Stößen da auf den Weg nach vorne, der gute Sikarija Leitken. Aber der Sikarija Sivijunovic ist natürlich auch einer, der nach 111 Kämpfen weiß, wie er mit solchen jungen Bolzen da umzugehen hat. Und machen wir uns nicht vor, wenn er es drauf anlegt, dann ist das schwer zu besiegen, der Sivijunovic von Leitken. Aber er hat ihn, wenn er sagt, er möchte nicht einen Nullikampf machen, sondern er möchte hier gegen einen richtigen Profi antreten. Wobei, das möchte ich auch mal sagen, wir einige sehr gute Influencer-Kämpfe hatten. Also man den Burschen durchaus angemerkt hat, dass sie sich da reingehängt haben, dass sie getrainiert haben, dass sie versucht haben, mit vorne zu kommen und eine gute Technik an den Tag zu legen. Und das macht der Sikarija Leitken hier auch. Aber wenn er tatsächlich Boxer werden möchte, dann sollte er sich vielleicht zu Beginn seiner Karriere doch so ein paar Brüder, wie die unbehandene Aussuchung, die wir uns schon gesehen haben. Die erste Runde ist rum, ausgekriegt. Die Praxis für Menschen und Tiere hat auf seiner Tür stehen. Sie haben es gehört, die Tierapraxis mit wilden Katzen, das ist ein Spezialgebiet. Löwen, Tiger, Geparden und, und, und. Auch schon mal von einer Löwe angefallen und schwer zerkratzt worden. Man geht davon aus, ich war ein kleiner, niedriges Beweis. Diese Schmuse geht jetzt. Na ja, da fehlt natürlich noch viel. Eine Racktechnik. Aber er stellt sich dem Laivisia, die Mjunovic da in den Weg. Die Mjunovic da in den Weg, die Mjunovic da in den Weg, die Mjunovic da in den Weg. Die Mjunovic da in den Weg, die Mjunovic da in den Weg, die Mjunovic da in den Weg. Mjunovic, jetzt kommt er langsam wieder nach oben. Er hatte manchmal so den Hang, das ist der Adres zu übertreiben bei einer vorzeitigen Niederlage. Sollte hier tun nichts vermeiden. Da stellt er sich da hin, ohne Deckung und klassiert. Und da braucht er auch nicht lange warten bei Langos. Wenn es dem stinkt, dann macht er die Bude dicht, ja. Ja, er packt munter seine Haken aus. Solche Leute wie Leipzig werden natürlich weltweit verehrt. Ob in Afrika, ob in Asien. Man hat mir mal kurzfristig überlegt, ob er da zu Boden gehen soll. Er ist ein alter Slavisa Sivijunovic, 43 Jahre alt, aus Vincelcina in Bosnia-Herzegovina. Nach Banja Luka, die zweitkreisige Stadt des Landes. Profi seit 2012, seit zwölf Jahren. Er hat mit 31 Jahren erst angefangen mit dem Boxen. 2013, 10 Kämpfe in Folge geworden. Dann Niederlage gegen Roama Alexis Agulo aus Kolumbien. Damals absoluter Weltklasse-Mann, 2014 TKO gegen Vincent Teigenputz in Halle. Und den BWO in der Conti Interim City. Er folgt wieder lange, unter anderem gegen Robyn Stiehau. Schäfer hatte Kuti und Dominic Bridger. Boxen sich halt durch die ganze Spitze Europas durch. Wurde immer gerne eingeladen. Und unter anderem auch, weil er sein gutes Schnäppchen zu brennen weiß. Das ist ein Lippowitz. Ja, dann hauen wir wieder raus. Das ist ein Schlaghaber. Der Karrier, Leipzig. Aber ich sage es noch einmal, bevor wieder irgendwelche Gerüchte aufkommen. Es ist ja ein Showkampf. Von vornherein wird über zwei Minuten geboxt. Und natürlich hat er ein sehr karrierer Leipzig. Ganz andere Freiheiten, als wenn irgendwas ginge. Der Karrier. Früher gab es mal den Goldenen Löwen von Luxemburg. Das war ein schöner Preis für ihn. Ja, wir haben einen Schlaghaber. Das war ein Jahr nicht. Das ist ein Schlaghaber. Das war ein Schlaghaber. Stab. Das war ein Schlaghaber. Ich sage es nur ein Schlaghaber. Das war ein Schlaghaber. Ich sage es nicht. Naja, die Fans von Bosnien-Herzegowina, die rufen da schon mal rein, fahr mal fertig, jetzt hauen weg. Er hat schon eine sehr gute Leistung gezeigt. 2016, die Interlage um die internationale deutsche Meisterschaft gegen Vesely Sabayev, dann hat er gegen Patrick Grokow verloren, gegen Serge Nihil, Elvrit Schukur, Nick Morsig, 2019, Conny Conrad, 2023, man hat mal einen kleinen Sprung, wenn man alle Kämpfe von Team Junović aufzählen wollte, ja, wenn man heute um 12 Uhr zugahne, 2023 Niederlagen, alle in Deutschland, gegen Zahia Karović, bekannter auch der Tomi Patsch, gegen Leon Mutt, da macht er auch ein Programm und bei dem mit Simonowicz kurzen Prozess, zuletzt verlor er gegen Yusuf Atmez, Timo Rost, Anthony Zaudik und zwischendrin gab es mal ein vorzeitiges Sieg in Simonowicz gegen Stefan Schröder, das hat er auch drauf. Die rechte Mai, ich muss auch aufpassen, der hat halt gehnelt. Wenn sie mich so bunt wird, dann sage ich, kann auch mal so ein Aufbaugegner da wegknallen. Siehe, Stefan Schröder. Ja, macht aber auch ganz brav, schön die Führung sein, das hat er gelernt, die muss sie bringen. Die musikulade auch, stark ist auch. Jetzt bitte Deckung nach oben nehmen. Ich glaube, wir sind so froh, wenn die zwei Runden rum sind, die letzten zwei Minuten. Ja, und der Simonowicz, den binden wir hier noch zum Geparden aus Bosnien-Herzegowina. Dann nehmen wir aber rechtzeitig den Druck wieder von der Pfanne, sodass Leitgen da noch mal ein paar gute Szenen hat. Gut, vorbei, starke Leistung, Sekarja Leitgen. Man kam eigentlich zum Giropranz für Tiere, als sein Lieblingshund, Schiko, schwere Schmerzen hatte. Da war er halt gerade mal 60 Jahre alt, dann zog er sich in die ganze Literatur rein, was es so gibt, um Tiere zu ersparen. Den Schiko wird es noch ein paar Wochen wieder besser. Und dann hat er gesagt, okay, dann gehen wir auf andere Tiere um uns. Und das macht jetzt Zürich. Hat in den vergangenen acht Wochen täglich zweimal trainiert, der Karja Leitgen. Natürlich ein Trainingsumfang, der dem La Visa, die wie unerwitzig, vollkommen fremd ist. Der jagt schon mal seine Schützlinge durch den Ring und zeigt ihm, wie es geht. Und er kann natürlich auch in der Lage sein, allen vorzumachen, wie man einen Gegner auftröselt. Ich bin ein bisschen klein für ein Schwergewicht und der Zürich, aber ich kann mir vorstellen, wer vorhat, die Wettspitze da aufzumischen. Ich bin ein sympathischer Borsche, den werden wir noch häufiger sehen, bin ich mir ziemlich sicher. Und er hat wirklich gut gemacht. Zikaria Leitgen. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündigung und vielleicht vor, mal ganz kurz, bevor wir dazu schreiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Profiboxer gesehen, die haben sich schlechter angestellt, definitiv. Und trotz alledem, das Ergebnis. Unentschieden. Jawohl. Natürlich. Unentschieden. Großartig gekämpft. Zakaria. Ziki Leitgen. Und ich übergebe das Wort natürlich. Liebend gern an Kai Ebel. Ja, das ist das Schöne, wenn man hier steht und soll das Siegerinterview machen, aber der Kampf endet unentschieden. Dann würde ich mal sagen, 50 Prozent Sieger, jetzt gerade bei mir sozusagen. Es war ja ein sogenannter Showkampf. Zwei Minutenrunden, aber gefühlt, wie war es für dich? Halbe Stunde pro Runde. Aber das sollte jedem wieder klar sein. Das hört sich leichter an, zwei Minuten oder drei Minuten, aber jeder, der ein bisschen Ahnung weiß, sehr, sehr anstrengend. Vor allem wenn man Emotionen mit einbindet, auch wenn man das nicht darf, dann verlierst du so viel Kraft. Bei mir war es alles zum ersten Mal, sei es der Einlauf, überhaupt hier im Ring zu stehen, vor so vielen Leuten. Da geht die jedigliche Power oder sonst was flöten. Deswegen wäre auch meine Anschlussfrage, war es denn anstrengender für den Kopf oder das Körperliche? Ich würde diesmal sagen, körperlich, auch wenn eigentlich vom Kopf her alles gesteuert wird, aber bei mir war es jetzt körperlich. Ich arbeite sehr viel, ich komme viel rum, auch wegen den ganzen Raubkatzen und deswegen musste ich irgendwie versuchen, das Training mit einzubinden. Ich bin 17 Kilo runtergegangen, normalerweise liegt mein Gewicht irgendwo über 100 Kilo. Also, da macht die Lunge auch nicht so schnell mit, auch wenn du acht Wochen trainierst oder Diät machst, das bringt nichts. Ganz kurz nochmal, du sagst es angesprochen, Chiropraktiker für Raubkatzen, hat man dazwischendurch mal den Gedanken, Mensch, jetzt reicht es mir, jetzt renge ich den einfach aus oder ein? Nein, also klar, jemand, der jetzt Raubkatzen hört, Tiger, Löwe oder sonstiges, der wird das mit irgendwas Schlechtem verbinden oder nur von außen hinter den Gitter stehben. Aber wenn ich diese Tiere behandle, bin ich ja meistens tagelang, wochenlang mit denen zusammen, da wo die leben und dann gewöhnen die sich an einen. Natürlich ist es so oder so gefährlich, deswegen habe ich mich auch sowas hier getraut zu machen. Dankeschön, Zekaria Leitgen, Dankeschön. Und jetzt wird es auch ziemlich leicht mit der Überleitung, denn von Raubkatzen zu Silvi, das fällt mir nicht sonderlich schwer, aber sie hat jetzt einen Gesprächsgast, der macht nicht eine, nicht zwei, nein, der macht drei Sportarten auf einmal. Ja, und deswegen liegt auch der Fokus auf ihm. Danke Kai, ich hatte jetzt gerade echt überlegt, wie er rübergebt. Aber okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Sebastian Demer ist an meiner Seite Triathlet. Wir hatten uns gerade auch schon angeguckt, weil wir uns ja mit Spannung natürlich auch diesen Boxkampf verfolgt haben. Meisterschaften, olympische Spiele, du hast alles schon hinter dir. Hattest du schon mal Berührungspunkte mit Boxen und gibt es da vielleicht doch Gemeinsamkeiten? In der Tat, wir hatten damals in der Sportfördergruppe, ich war ja sozusagen Olympiateilnehmer und auch Mitglied der olympischen Mannschaft und da hatten wir auch Profiboxer und Boxer, die für Olympia trainiert haben, unter anderem einen Goldmedaillengewinner und der hat die ganze Zeit trainiert, immer als wir zum Training gegangen sind, auf dem Weg zum Training Schattenboxen und ab und zu haben wir dann auch mal die Handschuhe angezogen. Da habe ich gemerkt, als Ausdauersportler, dass die Handschuhe mein Problem sind, überhaupt die Deckung zu halten. Und das war mein erster Berührungspunkt, ja. Aber ich fand auch die Frage gerade von Kai ziemlich interessant, ne, war es eher die Physis oder der Kopf? Was denkst du, ist dann mehr entscheidend im Ring? Ja, als Profisportler ist es insgesamt die Leidenschaft für den Sport und dann auch, wie viel gibt man für diese Leidenschaft? Wie viel, es ist sehr viel Kopf, am Schluss wahrscheinlich auch Siegentscheiden, weil trainieren tun alle. Es gibt ganz viele Trainingsweltmeister und in der Spitze geht es meist über den Kopf. Aber uns erwartet ja heute noch hier ein schöner Kampfabend. Ist es eigentlich dein erster Boxabend? Es ist mein erster Boxabend, live hier in der Halle, mit meinem Vater schon ganz viel Boxen geguckt, schon immer eine Leidenschaft dafür gehabt, aber jetzt live in der Halle zu sein und zu sehen, wie die Jungs sich hier richtig einschenken, das ist ganz, ganz toll. Wir schenken euch allen ein, denn wir bleiben dran. Wir wollen euch überzeugen von diesem tollen Boxabend, sind gleich zurück in ein paar Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Willkommen zurück zur 11. Universum Boxnacht. Schönen guten Abend zu Hause nochmal und schönen guten Abend hier aus Schaffenburg. Schön, dass ihr da seid. Die Halle, die Halle, die Halle füllt sich und das mit gutem Grund. Wir wollen so ein bisschen diese Atmosphäre aufsaugen und würde einfach mal sagen, wir nehmen sie alle mit hinten in die Kabine, wie sich die Boxer einfach vorbereiten, wie die Stimmung ist. Schauen wir mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und 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 da geht es wieder auf 3 Minuten Runden. Runden. Auf sechs Runden angesetzt ist der Kampf im Schwergewicht. Und ich rufe in den Ring aus Bosnien-Herzegowina Drajan Jan Janin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich rufe in den Ring dem Boxer in der Roten Ecke. Ebenfalls aus Bosnien-Herzegowina Herzlich Willkommen, Armand Krinic. Armand Krinic! 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 ausgestattet das ist ein Beispiel dafür wenn ein Profiboxer auf einen Influencer stößt Kraftpaket Kevin Wolter trat gegen ihn an, wollte natürlich K.O. gewinnen und machte dann direkt in Runde 1 ein spektakulärer Abflug auch das war ein Schokampf damals und den zweiten Kampf verlor dann der Kevin Wolter auch noch und dann muss das mal runter hatte einer da war schön auf die Rippen da steht er langsam wieder dann den zweiten Kampf oder der Woller der Woller der Woller hat er insgesamt 5 Minuten Zeit sich da mit irgendwelchen die gymnastischen Übungen zu überrappeln wieder dann schauen wir nochmal hin mal so locker aus der Hand zu schlagen ja da war einer dazwischen diese Linke die Erwischtner in seiner Meinung gebracht und er muss halt mal runter er hält sich über die Seite so ganz gehen würde hoffentlich nicht alles verrückt sein bei ihm was und dann durch die Kiongabe und dann ich auch die warte der Jetzt sind wir noch ein bisschen getuschelt bei Kaltbärzmann. Also getuschelt, nicht gekuschelt. Meine Damen und Herren, willkommen zu Urteilsverkündung. Nach einer Minute und 24 Sekunden Sieger durchschluckt auf. In der ersten Runde und damit weiterhin als Profi ungeschlagen. Albert Grinic. Ja, der Albert Grinic. Da haben die Serben mal wieder einen, auf den sie bauen können. Ob er dann seit Heddy ganz von vorne kommt, das werden wir abwarten müssen. Das ist ja ein langer Prozess, immer gerade im Schwergewicht, bis die Burschen sich dann da freigeklopft haben, bis sie internationale Anerkennung gefunden haben. Aber bislang macht er einen guten, geerdeten Eindruck. So, okay. Pritsche im Niematski. Nee. Nee. Konkretelation, ne? Also, gratulation. Zweiter Profikampf. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat nicht mal richtig geschwitzt. Warum hat er das so schnell beendet? Also, das kann ich sogar, glaube ich, übersetzen. Er hat gezeigt, wie viel Qualität er hat genau. Ich hoffe, ich erde jetzt hier nicht irgendwas dazu. Er hat gezeigt, was er für Qualitäten hat. Und das auch bei Universum Boxen, jetzt hier beim zweiten Profikampf. Aber wo soll es jetzt noch hingehen? Der hat ja richtig Dampf. Wo soll es hin? Schauen wir mal. Man hat ja Ziele. Ich habe ja Ziele. Ziele. Bitte rein, bitte Bruder. Immer besser werden. Okay. Immer gut sein. Vielen, vielen Dank. Und irgendwie ist es ja auch jetzt ganz schön, weil jetzt ist der Name Programm beim Gast von Kai Ibel. Ganz genau. Denn bei mir steht Tommy Punch. Und Tommy Punch hat gerade auch miterleben dürfen, dass es manchmal länger dauert, in den Ring zu gehen, als im Ring dann doch noch stehen zu bleiben. Ja, wie hast du den Kampf gesehen? Hat der Sieger schon überzeugt? Ja, das ist jetzt ein Kampf, um reinzukommen. Der Gegner aus Bosnien. Der größere ist viel stärker. Und er braucht bald einen richtigen Gegner, sich zu beweisen, was er drauf hat. Apropos richtiger Gegner, da hast du schon einige von im Ring gehabt. WBO-Europameister momentan. Wie sieht dein Plan aus? Also mein Plan sieht aus jetzt im Juni, 29.6. Verteidiger ist das Titel. Mein Promoter kämpft auch Marco Hook, der macht das Comeback. Und ja, da wird die Verteidigung und bald wird alles bekannt gegeben, wer ist mein Gegner und so weiter. Im Cruiser-Gewicht, da laufen ja auch einige starke Namen rum. Denkt man da auch schon, wenn man Europameister ist, guckt man schon mal hoch in Richtung WM? Ja, klar. Man schaut, das Ziel ist, Weltmeister zu werden. Man will mit den Besten an die Spitze da kämpfen. Und wir sind dran, wir arbeiten dran und mal gucken, was dieses Jahr kommt. Wie schwer ist das für einen aktiven Europameister, hier zu sitzen und einfach nur zu gucken, anstatt da oben zu boxen? Ja, wenn ich das gucke hier, kriege ich auch Lust, jetzt Handschuhe anziehen und reingehen und mit jemandem ein kleines Sparring machen. Alles klar. Ich mache mich mal auf die Suche. Ich scheide als Gegner aus. Vielen Dank, Tommy Pansch. Mal gucken, ob wir irgendjemanden finden. Vielleicht lässt sich jemand finden. Ein junger Mann zum Mitreisen gesucht sozusagen. Hi Leute. Wenn ihr 40% Rabatt haben wollt, auf jegliche Sachen von Universum, dann werdet Mitglied beim Universum-Kanal auf YouTube. Es lohnt sich. Top Sachen, top Qualität. Rein da. Sitzt du, ja oder nein? Du bist. Boah. Du bist. Du bist. Du bist. Der Kampf des heutigen Abends. Es geht ins super Weltergewicht, angesetzt auf vier Runden und Ismail Ösen-Otto, Universum-Box-Promotion-Promoter und Eigentümer, sagt über seinen neuen Schützling. Am liebsten würde er im Gym übernachten. Er ist trainingsfleißig, er hat einfach Bock, er hat seine Ziele vor Augen und genau diese Kämpfe wie heute Abend, die werden es ausmachen und genau da werden wir sehen, aus welchem Material er gemeißelt worden ist. Und sein Gegner, da muss man vielleicht von vornherein eines zu sagen, Ottavian Grati, eine negative Kampfbilanz, aber der Mann hat so ziemlich gegen alles geboxt, was hinter Europa oder Weltmeister wurden, daher kommt auch diese Bilanz, ein harter Brocken und wir lassen uns überraschen. Meine Damen und Herren, ich rufe in den Ring den Boxer in der blauen Ecke aus Rumänien, Ottavian Grati. Ich rufe in den Ring den Boxer in der Graben. Welcome back to the Universe of RAIN! Ohtalia Grati! Und hier ist er, der Neuzugang von Universum Boxing, aus Hamburg, geboren in Darmstadt, herzlich willkommen heute am Team Ring, Henry Grün! Und hier ist er, der Neuzugang von Universum Boxing, aus Hamburg! Herzlich willkommen heute am Team Ring, zum ersten Mal für Universum, Henry! Wir kommen zu den Punktrichtern! Rutschlam Reimorf, Uwe Leuch und Alexander Walter, der Mann im Ring, Francesco Gipetto! Und nun zum Boxer in der blauen Ecke. Er ist 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 70,5 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz insgesamt 67 Kämpfer, 8 Siege, 4 davon durch Knockout bei 4 unentschieden. Er kommt aus Chisinau, Mordavien, wohnt in Armenien in seiner Ecke, er tritt an für Timo Jim, sein Trainer Adrian. Herzlich willkommen, Ohtalia Grati! Und nun der Kämpfer der Roten Ecke, 25 Jahre alt, 1,80 Meter, 70,5 Kilo. Seine Kampfbilanz als Profi, ungeschlagen, 2 Kämpfe, 2 Siege, 2 davon durch Knockout! Er ist geboren in Darmstadt, lebt in Hamburg, tritt an für Universum Boxing. In seiner Ecke, ehemaliger Weltmeister Arthur Rigoriano und Robert Haroutchunian Okan. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Henry Grün! Der Kampf ist angesetzt auf vier Runden, 4 rounds of Box in the Boxes, to the Centre! Die Boxer sind bereit! So let the fight begin! Also Grün gegen Grati! Und die Doktate in Grati sind so, naja, Lieblingsboxer. Sehr ein bisschen übertrieben von mir, bei einem Rekord von 8 Siegen und 55 Niederlagen. Aber einer, den ich auch achte, zählt zu den Boxern, die eigentlich immer Außenseiter sind, aber durchaus auch in der Lage scheinen. Gegen für man die besseren Boxer nicht nur zu ärgern, die Burschen, sondern auch zu besiegen. Beispiel, gerade die besiegte unter anderem 2016 mit Rie Weimar, viermal Kickbox-Weltmeister, einmal K1-Weltmeister und mehrfacher Deutscher Meister. 2021 verpasste er Jaso Ayukes eine Hinterlage und siegte in Frankreich gegen den ungeschlagenen Loris Barberio. Also der kann schon was, der mit Fabian Grati. Und er ist schwer, ganz schwer vorzeitig zu besiegen. 55 Niederlagen, nur dreimal vorzeitig. Ich habe mich kürzlich in der Ludwigsburg mit ihm immer unterhalten, hat auch eine charmante Frau dabei gehabt und wir haben gesagt, naja, ein lustiges Ding da durch die Weltgeschichte zu fliegen und vor allem wissen, dass man den Kampf verlieren soll. Aber bringt Geld und solange das so ist, wird er auch weitermachen. Octavian Grati. Die Schwarz war geboren, der Andi Grün. In Halle Sangen. Nedelbeu seit seinem 13. leben hier in Darmstadt. Und gehört auch zu denen, die durchaus in der Lage sind, mal mit Blick auf später durchzustarten, erfolgreich zu sein. Er bringt alles mit. Technik begabt. Intelligierter Boxer. Muss allerdings aufpassen, dass er solche Quatschnagen, wie er sie gerade an den Kopf bekommen hat, von Grad, die nicht allzu häufig geschehen lässt. Und da hören Sie mal, Octavian, Octavian, eine Frau. Und da hören Sie mal, Octavian, eine Frau. Wo sie hier mitgebracht hat, das ist eine Frau, die ihn da von denen sich anfeiert. Nummer 3 in Rumänien ist überwältergewicht. Nummer 4 unter 54 in der Welt. Nummer 4 unter 34 in Deutschland. Nummer 3 den Europameister Happbrigens Streas. england zu besiegen es war es klar war es wo man immer noch von seinem sieg ein paar wurden hier seckens aus der nummer drei wir haben heute abend in falkensee um die ibf als schläft gegen den kalifornien Wir leben in den Russen, Bagram, Murata Zahaliev. Da drücken wir ihm natürlich auch die Daumen. Nummer 5 ist Freddy Kiewitz. Das hat seinen Sieg über Luis Enrique Romero aus Venezuela, WBF-Weltmeister. Ja, so ein Mannberg. Starke Gewichtsklasse in Deutschland. Superväter. Da muss er sich schon schwer nach vorne kämpfen. Henry. Ja, wenn er gerade ihn wegblasen will, dann muss er da ein bisschen an fulminanterer Schläge denken. Und da macht sie ja. So, ich freue mich, dass Leo Bauer bei mir ist. Der hat nichts. Der hat mich jetzt. So, Henry, Henry, Anführungsrufe. Wir passen noch ein bisschen an der Kommunikation. So, jetzt, ich bin da. Ah, wunderbar. Also, schön, dass du den Weg hergefunden hast. In der 11. Reihe bist du ja wieder ernst für dich, ne? Jawohl, jawohl. Im 11. Reihe bist du ja wieder in Köln, ich glaube, in der Motor World wieder. Ende Januar hat er den Auftrag gemacht. Hast ja gute Erinnerung. Jawohl. So, hier wird noch ein bisschen rumgeschraubt und gemacht. Kriegen wir aber alles noch hin. Haben wir noch Zeit heute Abend. Der Bruder ist auch da? Ne, die bereiten sich aktuell auch auf den 11. Mai vor in Kroatien. Ah, in Kroatien. Ja, die sind ja meiner Familie sehr offiziell ausgewandert. Ja. Ich bin der letzte Überbleibende in Deutschland. Ohne, genau. Aber was hältst du bis jetzt von dem Kampf? Der Grati ist natürlich sehr floren, ne? Ja, ja. Und der Grün, der macht es gut. Aber dann kriegst du ja sowieso nicht weggehauen. Wie laufen die Trainingsvorbereitungen bei dir? Aktuell absolut schlecht. Ich war die letzten vier Wochen mit einem Umzug beschäftigt. Weil es ein paar Planänderungen gab. Aber morgen fahre ich mit der ganzen Universum-Truppe zurück nach Hamburg und kann dann ab Montag ordentlich ins Training einsteigen, um in den nächsten vier Wochen noch Vollgas zu geben. Was machst du denn, wenn du morgens so umzugst? Vier Wochen? Ne, ne, vier Wochen. Und direkt nach dem Kampf war ich dann auch erst mal vier Wochen krank. Also es war ein bisschen turbulent die letzten Wochen und Monate. Darf auch mal passieren. Aber die richtige Vorbereitung fängt ab Montag an. Gute Kämpfe heute allgemein. Na, die ersten drei waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da geht man natürlich immer auf den Zweiger, wenn der Gegner einen kommt und schon mal guckt, welcher Muskel gerade verschmackt sein kann. Ja, ja. Das passierte bei den drei Dienern natürlich nicht. Wie ist denn bei dir so die Planung? Wie sagt man, heute so schön eine Time-Scare-Diol mit den Meisterschaftskämpfen dieses Jahr? Also ich sehe das Jahr 2024 erst mal als Warm-up. Ja, als Warm-up, um den Ringrost abzuschütteln, der es über die Corona-Zeit angesammelt hat, um ein paar saubere Kämpfe zu machen. Ich denke, mit dem Timo Rost habe ich da einen guten Start gemacht, um die Karriere wieder langsam ins Rollen zu bringen. Und dann noch zwei, drei weitere von den Kämpfen dieses Jahr. Und das qualifiziert mich dann für eine Meisterschaft im Ende des Jahres oder im Laufe nächsten Jahres. Da machen sie jetzt für mich ein bisschen zu viel Show. Sollten wir ja dann boxen und einen sauberen Kampfaufbau machen, als hat es da jetzt umzukrügeln. Wie ist es denn, wenn du mit deinem Bruder zusammen bist? Quatschst du auch drüber? Kommt man auch zu Universum oder ist es kein Thema? Mein Bruder hat bereits für Universum unterschrieben. Wir kämpfen jetzt das allererste Mal gemeinsam am 11. Mai für Universum. Also das steht alles schon. Du hast doch eben gesagt, er kämpft den Bäuschen jetzt überhaupt wieder. Nein, nein, die trainieren dort. Die sind ausgewandert. Ihren Lebensmittelpunkt haben nach Kroatien verlegt. Ich habe da aber vor kurzem die Tür geöffnet, dass hier auch mein Bruder ein Platz bei Universum findet, dass wir, dass die Bauern und Bruder gemeinsam auftreten können. Mit dem Vater zusammen? Mein Vater ist mittlerweile natürlich der Trainer von meinem Bruder. Und ich habe mich geschäftlich und sportlich von meinem Vater getrennt. Ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe alles aufgesagt, was er mir beibringen konnte. Und jetzt geht es natürlich um das, was da ist, möglichst weiter auszuprägen, möglichst weiter auszufallen und das Beste daraus zu machen. Wenn du jetzt den Grünen so siehst. Ja. Der Ismail ist ein Autohel, der hat ja wahnsinnig viel von ihm. Was gefällt dir an ihm und wo du sagst, da fehlt noch ein bisschen was? Ja. Mir gefallen die Kombination. Er schlägt sehr variabel. Er bewegt sich gut. Gutes Distanzgefühl. Die Kombination zwischen Körper und Kopf gefällt mir sehr gut. Mir fehlt er bei der Kampfaufbau. Mir fehlt die Arbeit mit dem Jab, schnell rein raus, Lücken suchen. Er lässt sich für mich zu sehr auf Prügeleien, was unnötig ist. Ich glaube, er hat das Können, um den Schlägen, die ihn getroffen haben, jetzt auszuweichen. Und ich finde, er lässt sich auf diese Spielereien, auf diese Chance ein. Ich glaube, er könnte einen viel saubereren Kampf kämpfen. Ich sage ja immer, die Führung sagen, das ist wahr und so. Auf jeden Fall. Ja, wenn die kommt, dann... Also, der hat die Mitte schon drin. Und der Junge kann ja boxen, ich meine. Der ist so ein bisschen für meinen Amateur. Für mich ist er unter dem Radar geflogen, ehrlich gesagt. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber wenn man es nicht sieht, ist es schon stark, wie er es macht. Man, du hast ja eine Zeit lang aufgehört gehabt, ne? Es war halt eine lange Übergangsphase nach der Veranstaltung gegen den Toni Kraft. Weil, wie gesagt, er war für uns... Ich war ja mit der langen Kündigungsphase bei Sauerland. Wir waren dann 17 Monate lang. Ging das ja nicht vor Gericht. Aber es war halt von Anwalt zu Anwalt, bis ich da mal aus dem Vertrag ausgelassen wurde. Weil ohne den ihre Zustimmung durfte ich ja auch nicht mehr kämpfen. Das ist ja noch länger als der Umzug. Weitaus länger. Absolut korrekt. Absolut korrekt. Genau. Und deswegen bin ich in der Corona-Zeit Papa geworden. Hab mich dann auch ein bisschen zurückgezogen und durfte ein bisschen von den Früchten des Lebens kosten. Naja, das ist auch mal wichtig. Aber die Stärken sind ja die Leute auf dem Sack. Die haben ja immer gesagt, jetzt komm ich wieder zurück, komm ich wieder zurück. Und du freust dich dann doch. Irgendwann bist du mit der Figur, die du im Ring darstellst, wirst du so zertifiziert, dass gar nichts anderes übrig bleibt. Die Leute kennen dich dann gerne im Ernst. Sondern einfach nur als den Boxer. Und wenn Leon Bauer heute aufhört zu boxen, dann verliert Leon Bauer gleichzeitig auch seine komplette Identität. Das ist dann manchmal schon total verrückt, wie das dann von den Leuten gesehen wird. Aber solche Gegner wünscht man sich eigentlich. Ich möchte nicht wissen, wieviel von den 55 Niederlagen der Gratzi eigentlich gewonnen hat, sich bekämpft. Ich habe hier mal gesehen. Wie findest du die Performance von Grün? Ich finde es gut. Sehr fokussiert. Ja. Saubere Treffer. Man sieht, der Junge kann boxen. Das gefällt mir. Warte, die Dinger sind unnötig. Das müsste das nicht sein. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nicht so viele Kämpfe von ihm gesehen. Da hat er noch nicht so viele gemacht. Er ist einer, der anfängt zu verkrampfen, wenn er versucht, den Gegner per auszuhauen. Okay. So ein Boxer ist ja schön locker hier. Ja, Sie haben ja gute Boxer. Immer die Quatscherei. Boxen ist am Boden in Deutschland. Das stimmt ja nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe ja jetzt mal witzigerweise in Boxtrack reingeguckt. Ich weiß nicht, welcher Ehre auf die Idee kam, Felix Sturm auf Nummer 25 der Welt zu setzen. Aber derselbe Ehre kam auch die Idee auf, mich auf Nummer 40 zu setzen. Mit dem kann ich mich ja ganz gut anfreunden. Allerdings bin ich mit der Felix Sturm auf Nummer 25 nicht so ganz einverstanden. Naja, das spielt doch nicht der Name eine Rolle, ne? Weitere nicht die Bekämpfe an der Macht. Naja, ob man das als gegen den Schükel Alter als Kampf nennen kann, das stelle ich jetzt einfach mal ganz, ganz schwierig in den Raum, ganz kritisch. Also, was heißt, du würdest gerne gegen die Boxen? Ich habe es ihm einfach schon angeboten, erst mal nie drauf eingegangen. Ja, ich würde kurz den Prozess seiner Karriere beenden. Er war ein überragender Boxer, aber er ist schon lange nicht mehr auf dem Level, diese Leistung von Boxen zu bringen, auf gar keinen Fall. Da gab es noch mehr. Ja. Na, hier war auch noch mal ein bisschen eine fehlhafte Deckung zu sehen. Ja, auch noch mal. Wenn er da nicht einen Schlagflag gemacht hat, aus England oder am Herd war. Kann aber auch schief gehen. Was hast du eigentlich beruflich gemacht, also aufgehört da hattest? Meine Damen und Herren, willkommen zu uns als Verkündung. Ich hatte einen Dreiviertel der Mann eigenes Sieger. Wir haben euch einstimmiges Punktgericht der Rotation. Unanimous Decision. Universum Box Promotions Neuzugang, Henry Gül. Aber einen riesengroßen Applaus und Dankeschön an einen der sympathischsten Boxer, Octavian Grati. Henry, 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 Henry. Ja, Henry, der Schrei gerade, pure Erleichterung, Fragezeichen. Wie bitte? Der Schrei, pure Erleichterung. Ja, ich bin froh, viele Leute sind da, mich zu unterstützen. Da kann man ruhig mal schreien, oder? Absolut. Haben dich auch alle gehört, wie wir gerade sehen? Ich glaube, jetzt haben wir mal vernünftige grüne Energie hier im Ring gesehen. Wie hart war denn die Arbeit, die du zu verrichten hattest gegen den harten Knochen? Ich wusste schon, dass mein Gegner ein harter Typ ist, ein harter Hund. Der hat einen dicken Schädel, geht quasi nie K.O. Deswegen musste ich schnell bleiben, lang bleiben, auf die Distanz gehen und so wenig wie möglich mitschlagen und eine Schlägerei daraus machen. Das ist seine Stärke. Wie ist jetzt deine mittelfristige Planung? Das war ja nun erst der dritte Kampf. Ja, das war der dritte Kampf. Und am 11. Mai, Amigas, da folgt der vierte Kampf. Und Planung, hast du da auch schon so ein Ziel mittelfristig? Ich meine, das ist Super Welter, ist wirklich eine stark besetzte Klasse? Ja, ist eine extrem starke Klasse. Aber je höher die Ziele, desto besser wird die Leistung, wenn man das ernst nimmt, würde ich sagen, oder? Okay, Dankeschön. Das Interview hat Spaß gemacht, Kampf auch. Von daher, so können wir weiter machen mit Henry Grün. Und jetzt sage ich dann mal grünes Licht für Silvia Borka. Die hat nämlich jetzt auch mal was ganz, ganz Wichtiges und Unterstützendes uns zu sagen. Genau richtig, lieber Kai. Und dafür ist ja Universumboxen auch bekannt, dass wir Gutes tun wollen. Und heute mit Stützenhänden. Und deswegen habe ich mir die zwei Jungs hier an die Seite geholt. Und am besten ist es doch, dass ihr mal erklärt, was ihr macht. Genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Frankfurt. Haben knapp 600 freiwillige Helfer. Genau, hauptsächlich verteilen wir Essen vom Montag bis Samstag. 200 Portionen täglich. Haben aber auch noch viele andere Projekte, wie beispielsweise unsere jährliche Weihnachtsaktion, wo wir Geschenke an Kinder verteilen. Dieses Jahr waren 12.500 Geschenke, darunter 8 Krankenhäuser und 2 Hospize. Genau, das sind so die Sachen, die wir tun. Moment mal, wann macht ihr das alles? Also einen großen Applaus mal auch für diese allgemeine Arbeit, die ihr macht. Arbeitet ihr auch noch oder seid ihr nur für den Verein da? Also wie gesagt, wir sind freiwillige Helfer. Jeder kann bei uns helfen. Ich beispielsweise mache gerade mein Abitur. Aber wir haben auch viele, die einfach in der Arbeitswelt sind und dann helfen, wenn sie können. Genau, also wir sind da sehr flexibel. Wer helfen kann, soll kommen. Und genau, also wie gesagt, sehr flexibel bei uns. Respekt. Und vor allen Dingen ist es ganz schön, weil ihr habt einen coolen Deal mit Universum-Boxen gefunden. Denn mit dem Ticketverkäufen. Genau. Universum-Box Promotion hat uns die einzigartige Möglichkeit geboten, 200 Tickets, also uns 200 Tickets zur Verfügung zu stellen, die wir sozusagen für den guten Zweck verkaufen konnten. 50 Prozent des Erlöses kamen sozusagen uns, also dem Verein zugute. Und wir bedanken uns an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Universum-Box Promotion für diese einzigartige Möglichkeit und für die Hilfe. Vielen Dank. Herz erwärmend. Und komm, wir spielen jetzt ein bisschen Wünsch dir was. Was sind eure Ziele beziehungsweise eure Wünsche für dieses Jahr? Unsere Wünsche für dieses Jahr sind eigentlich ganz einfach. Wir versuchen noch mehr Leuten zu erreichen, noch mehr Leuten zu helfen. Und sind natürlich auch auf eure Hilfe angewiesen, an jeden, der da draußen mithilft. Kommt auf unsere Instagram-Seite, schreibt uns an. Wir sind einfach froh für jeden Helfer und genau für jede stützende Hand. Und gutes tun ist gut. Und genau. Stützende Hände, das schreibt ihr euch jetzt auf. Wir sind gleich zurück. Fünf richtig coole Kämpfe haben wir noch. Wir freuen uns natürlich. Wer wird den BBC-Gürtel heute mit nach Hause nehmen? Ist es Plantitsch oder Kallen? Also es ist ein großartiger Kampf. Und ihr solltet dranbleiben. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind zurück wieder am Ring und Bekennen Farbe. Ja, und wenn ausrechnet ich das sage, da muss schon was sein, denn er ist bei mir, der Best-Dressed-Man des heutigen Abends hier. Zumindest. Das hat die einköpfige Jury hier am Mikrofon gerade entschieden. Moid Rissou, Fußballspieler bei sämtlichen Kultvereinen gespielt? Von Gladbach über Frankfurt, Kaiserslautern, aber heute muss man erst mal was sagen, also zu dem Outfit. Wie lange hast du dafür gebraucht, das rauszufinden? Ja, zu der Aufritt, hallo erstmal zusammen. Für mich heute hier dabei zu sein, das ist für mich eine Ehre, weil ich kenne immer jedes Wochenende andere Sportart und man hier live ist und sieht, was die Jungs hier Leistung bringt. Und das ist das richtige Sport, Kampfsport. Und das ist das, was wir alles gemacht haben. Finden wir fußballisch was anderes, aber das, was die Jungs hier leistet, vier Runden, sechs Runden, zwölf Runden, das ist wirklich Kampf. Respekt. Und ich freue mich auf jeden Fall immer dabei zu sein. Danke an Ismael, danke an die ganze Crew hier, die mich eingeladen haben. Du hast ja nun auch viele Zweikämpfe gespürt an den eigenen Knochen, aber was bewundert einen Fußballer so an den Boxern? Oder welche Eigenschaften der Boxer findest du besonders gut? Ja, gut ist was anderes. Also Zweikämpfe, die hier in dem Feld sind, sind nicht die gleichen Zweikämpfe, die wir in meinem Platz im Fußball haben. Die hier, die sind die richtigen Zweikämpfe. Also da musst du hundertprozentig dabei sein oder bist du nicht da. Das, was wir im Fußballplatz leistet, das ist einfach, ja, nimm den Ball rein hin, wenn jemand dich erwischt, dann bist du im Boden. Aber das ist das richtige Sport. Also ich freue mich, jeder Fußballer, solcher Sport einfach mal live dabei zu sein und erkenne mal, was ist der richtige Sport. Dankeschön, Mo Idrisou und zu Boden gehen wird hier wahrscheinlich dann doch jemand und wir gehen mal weiter in der ersten Reihe. Es ist ja immer so ein bisschen was los, haben wir Annika Gassner hier als Model. Dann nehme ich doch mal Platz ganz kurz. Eine Frage mal, ja gut, Mo Idrisou haben wir gerade gesehen. Du warst jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal beim Boxen oder so. Was ist denn interessanter so, das Drumherum in den ersten Reihen oder dann doch die Action im Ring? Ehrlich, ich finde die Action im Ring, ja. Ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr Action heute Abend passiert. Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Aber es dürfte noch ein bisschen ansteigen. Klar, das Drumherum macht auch sehr viel Spaß. Es gibt sehr viel zu gucken. Und ja, aber es ist ein wunderschöner Abend. Wunderbar, das gefällt mir. Dankeschön, Annika Gassner. Und gucken ist das Stichwort. Wir gucken oder werfen nochmal einen Blick, nämlich in die Kabine von Luca Plantic. Können wir, glaube ich, hinten auf der LED-Wand sehen. Da kann man nochmal reingucken. Der Hauptkämpfer hier gerade nicht im Bild. Sehr schön, aber den Cutman haben wir vorne schon mal im Bild. Der ist wohl gerade mal rausgegangen. Keine Ahnung, wohin. Aber er wird kommen und vor allen Dingen wird er boxen. Ganz, ganz wichtig. Da freuen wir uns drauf. Der Cutman bereitet alles vor. Ja, und dann würde ich sagen, von der Ringside sozusagen, von der Seite des Ringes, mitten ins Zentrum des Geschehens, in den Ring zu Kai Petzmann. Dankeschön, Herr Ebel. Und willkommen zum nächsten Kampf des heutigen Abends. Super Weltergewicht, angesetzt auf vier Runden. Und ich rufe in den Ring. Wir Kämpfer aus Gießen. Herzlich willkommen heute Abend in Aschaffenburg. Oh Mann! Bei uns Gießen. Okay! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und der Kämpfer in der Roten Ecke ist 23 Jahre alt, einer mit der 81 groß, 68 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz als Profi, zwei Kämpfe, zwei Siege, einen davon durch, Knockout. Er tritt an für Infitus Fit Fight, sein Coach Jakob Zawanski, Cutman, Roman Kolacek und Jakob Zawanski, Alex Behrendt und Chris Lohr in der Ecke. Und ab und her, im Bietkopfgebot in der Schaffenburg-Wohnhaft, herzlich willkommen, heute und hier, Noah Fischer! Der Kampf ist angesetzt auf hier rum, 4 Rounds of Boxing, die Boxer zur Mitte. Boxer, volle Oldtimer-Command, clean und fair fight, okay? Touched, good luck! Also, fair sollen sie sein, die beiden. Sieht ja schon mal von der Bilanz nach einem sauberen Match aus. Schade, dass nur 4 Runden angesetzt sind. Können wir doch bestimmt auch 6 oder 8 machen, aber cool. Ja, das geht ja gleich für schönste Sorge, der Amal. Auf jeden Fall. Man, solche Kampfabende sind natürlich auch eine Chance, sie zu zeigen. Absolut. Die suchst ja auch noch nicht gerade Ende-Ringung, aber die sucht auch Manager. Beide Auslagen, okay. Interessant. Der Name Fischer sagt mir sogar noch was von den Amateurzeiten. Ich glaube, wir waren damals gemeinsam auf der Deutschen Meisterschaft, 2014. Da kenne ich den Namen, glaube ich, ja noch, wenn mich da alles täuscht. Ja, aber war ein erfolgreicher Amateur, der Fischer. Mhm. Schöne Bewegung. Ja, wenn er so weitermacht, Herr Porraska-Hannen, kommt er nicht weit. Ja, sauber. Die Linke ist kurz abgezogen. Da sieht man direkt lange Amateur, viele Kämpfe ruhig, schön abwartend. Erste Runde, kurze Aktion, obwohl es nur vier Runden angesetzt sind. Sauberer Kampfaufbau. Sauberer Kampfaufbau. Sauberer Kampfaufbau. schon ein bisschen vorsichtiger geworden der armand boraska in gießen geboren wird heute in marburg die nummer zwölf in deutschland im super leichtgewicht und meins ist da die schwarzer rudolf hoffmann und ilyas kalusch auch uns willingsbärchen die aufmanns nach wie vorher so wo wie seit 2021 vorerst kam oder gewann immerhin schon gegen drei gegner mit positivem kampfverkort das ist auch nicht selbstverständlich heute sagen stark seiner folge vor allen den gegnern maschum balaban aus mainz zuletzt im juli 2023 vorzeitige folge war wojo kardanovic in borschen herzogow wieder geboren lebt in serbien und das ist ein bisschen zu heiß blutige meine aktion er muss natürlich rein der fischer natürlich länger spielt seine distanz auch gut aus fischer als amateur oder olympische amateur muss man sagen 85 kämpfe 70 siege fünf unentschieden also aber auch auch ja und die ach auch 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 Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Könntest du dir vorstellen, als Trainer zu landen? Ja. Gute Frage. Du weißt ja nicht alles in allen Sachen. Ob ich das alles noch mal aus der Trainerrolle durchleben will? Das entscheidet wohlmöglich mein Sohn irgendwann von ganz selber, ob ich in die Position reinkomme oder nicht. Die andere Frage ist natürlich, ob man sich als Vollblutboxer oder Kampfsportler von dem Sport jemals richtig lösen kann. Ja. Die meisten können es ja nicht. Guter Kampfjahr. Ja. Fischer ein bisschen zurückgenommen jetzt. Riesst. Ja. 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 Nein, ja. 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 Ja, in Aschaffenburg geboren, der Joachim Sischer. Aschaffenburg. Trainer Jakob. Schwarzky, weil selbst mal die deutsche Nationale startet. Und er ist mit der Tochter. Und hier hat er, wo er sich schon mal 32 in Deutschland in Superwälter hat. Und hier hat er auch mal den berühmten Top-Racken-Chimp in Las Vegas auf eine Profi-Laufbahn vor. Hier trainiert er noch einen anderen. Terence Crawford. Nach seinem Sieg war ein Strenz-Junior. Weltmeister allergroßen Verbände im Leisteweg. Marcelo Maschenko, überragend am Anteur. Zweimal Unterzieger, dreimal Weltmeister. Und Boxlegende Mani Pacquiao von den Philippinen. Wie siehst du eigentlich so, dass die Forderung immer, dass die guten deutschen Boxer durchaus auch mal in die USA verschwinden sollten? Absolut. Das würde ich jedem Einzelnen empfehlen. Nicht nur in den USA, aber natürlich ist der Dreh- und Angelpunkt von vielen guten Gyms in den USA. Aber es gibt England, es gibt einige gute Anlaufstellen. Es gibt Mexiko, es gibt die USA, möglicherweise auch Russland. Das ist eine schwierige Zeit. Ja, ja. Aber durchaus ist eine USA-Reise für jeden Boxer, mal ein halbes Jahr, ein Jahr dort zu bleiben und sich durch den Sparings dort zu bewehren und ein bisschen von Gym zu Gym zu tingeln. Auf jeden Fall ein wichtiger Karriere-Schritt. Ich habe diesen Schritt tatsächlich selber noch nicht gemacht. Ich habe nur einmal in Amerika gekämpft und habe deshalb auf jeden Fall auf dem Plan, hier mit sportlich auch maximal weiterzuentwickeln. Ich glaube, du hast natürlich, dass jeder Mann in Amerika hat, dass du keine Sparingsfragen verbindest. Nein, da kriegst du mehr, als du brauchen kannst. Auf jeden Fall. Los, 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 los! Komm, los, los! Komm! Komm, los, los! Los, los! Ich weiß nicht, ich habe den Robky Schadig vor... äh... sag ich schon. Begleitet bei der Vorbereitung, für den ich selbst gekampfte. Da war ich ja bei im University. Und da haben mich die Jungs aus der Umgebung angemeldet, das war ich. Und da ging Kalt für einen Gefahrer. Und da war es so. Sehr gut, das auch. Ich glaube, das war es. Richtig durchgestüttelt von oben bis oben. Dann gibt es mal frei. Das war das perfekte Beispiel dafür, dass K.O.s passieren. Die kann man nicht vorplanen, wenn jemand ruhig bleibt und in der richtigen Zeitpunkt den richtigen Schlag macht. Saubere Performance. War da gut gemacht. Ja, man hat ja nicht versucht, aufs Teufel komm raus zu landen, sondern hat gewartet, oder was? War eine Jugendmehrfahrer Deutscher Meister. Und Teilnehmer 2018 bei den Jugendweltmeisterschaften. Da kam Noah Fischer bis ins Achtelfinale, verlor knapp gegen den Schotten Ries Litsch. Der holte 2021 als erste Schotte überhaupt eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft mit Bronze im Einwältergewicht. Sicher kämpft für den Tod, leider. Der hat sich lustig an, ist aber ein Startteil von Aschaffenburg. Er kämpft früher als Kind, ob mit seinem Bruder, dass er kauft ihm sein Vater beiden Boxer-Schuhe. Dann gibt es immer mächtigste Sachen im Kinderzimmer. In der Bundesliga-Boxe für den MBC Chemnitz. Da boxste er komplett in beiden Auslagenboxen. Auf den können wir uns auch freuen. Ja. Ist der Fischer bei Universum unter Vertrag? Weißt du da was? Ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Tagen Gespräche geben wird. Durchaus. Die wollen ja eine deutsche Staffel aufbauen, was sinnvoll ist. Die neue deutsche Welle kommt und ich darf sie anführen. Haha. Ja, genau. Ist ja auch ein Ziel. Hier werden wir mal gekoppelt. Aber... Aber... Dieser... Boras war, der hat mir auch gefallen, er hat gesagt. Der hat mir auch gefallen, der Boras war. Ja, war wirklich ein sehr attraktiver Kampf. Gutes Matchup. Den Kampf hat man bestimmt auch über sechs oder acht Rücken platzieren können. Ja, so wie der ausgegangen ist nicht. Auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch technische No-Gout in der dritten Runde. Nach zwei Minuten und 38 Sekunden. Gratulation. Und damit umgeschlagen. Aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch noch mal. Das war der erste Kampfer. Das war der erste Kampfer. Das ist der erste Kampfer. Das ist der erste Kampfer. Das war der dritte Streich im Vergleich zu deinen vorjährigen Kämpfen. Wie ordnest du den heute ein? Also ich ordne heute als besten Kampfer ein. Ich habe mich hart vorbereitet. Ich habe viele Fans mitgeholt. Aschaffenburg-Baskiner! Sie haben dich gehört. Ja, auf jeden Fall. Ich würde das als härtesten Kampf auch einschätzen. Weil der Gegner war auch stark. Aber man kommt ja herum zu gewinnen und nichts anderes. Hast du ja gemacht. Und dann zwischendurch auch mal die Auslage gewechselt. War das spontan oder war es von Anfang an so geplant? Also ab und zu mal spontan. Weil wenn ich die Auslage wechselse, fühle ich mich auch ein bisschen wohler. Dass ich wieder in einer anderen Position stehe und da ein bisschen mehr bewegen kann. Das Thema hatten wir heute schon mal. Super Welter. Eine enorm stark besetzte Klasse. Deswegen frage ich dich auch in dem frühen Zeitpunkt deiner Karriere schon mal nach den mittelfristigen Zielen. Also mittelfristiges Ziel ist natürlich weitere viele Kämpfe zu gewinnen. Und ab nach Las Vegas. Grüße gehen raus an Devrim. Oh, das ist aber direkt ganz oben. Schon mal nach der hohen Latte gerissen. Wie viel Zeit gibst du dir, bis du da hinkommst? Also wenn es gut läuft, nächsten Monat. Ja, das wäre ein bisschen früh. Würde ich sagen, lass noch mal Zeit. Aber auf jeden Fall ersten Preis schon mal für Humor. Gratulation nochmal an Noah. Vielen Dank. Dankeschön. So, und wir wagen dann auch nochmal den Blick in die Kabine zu Luka Plantic, der gleich zum Titelkampf bereit ist und schauen da einfach nochmal rein. Ja, das machen wir wirklich. Schlüssel, wir haben es ein paar Mal versucht und jetzt sehen wir ihn sogar hinten. Vorhin war er ja weg, jetzt ist er wieder zurück. Da bin ich beruhigt. Denn wenn beim Boxen 50 Prozent der Boxer fehlen, ist schlecht. Bei der Pratzenarbeit ganz wichtig, jetzt auf Arbeitstemperatur zu kommen. Links im Bild der Cutman, der auch das alles sortiert, was er in seinem Sinne hoffentlich nicht braucht. Und ja, Luka sorgt jetzt für die richtige Spritzigkeit. Kurze Pausen immer wieder zwischendurch, dann immer wieder exklusiv an den Pratzen arbeiten. Ja, und so geht das dann, bis wir ihn dann gleich im Ring irgendwann wiedersehen als Hauptkampf. Also kleine Unterbrechungen, dann sind wir wieder hier am Ring. Versprochen. Nachden phase 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Willkommen zum nächsten Tag des heutigen Abends. Super, Mittelgewicht. Ebenfalls angesetzt auf vier Rungen und wir haben einen weiteren Neuzugang von... Ah, okay, okay, okay. Ich sehe gerade, es gibt Änderungen. Ich sehe gerade, es gibt Änderungen. Ich sehe gerade, es gibt Änderungen. Ich gehe gerade, es gibt Änderungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 also Uli konnte mein Spitzname war ja immer Diktator und also wir haben halt gemacht was er gesagt hat er war halt der Chef und deswegen habe ich immer gesagt Trainer, wir können ja mal so oder wir können ja mal so und er, nein, wir machen so, wie ich gesagt habe ok Sven Ottke, dann machen wir jetzt weiter und ich übergebe an Kai Petzmann ja nee, ich glaube eher an Kai Ebel aber da kann man sich mal vertun, wenn beide den gleichen Vornamen haben und hier alle Kai heißen, aber macht ja nichts denn wir sind ja direkt vor dem Hauptkampf die Spannung ist greifbar, jetzt gleich geht es ja los und wir haben es eben gehört und ich weiß ja noch, Sven Ottke hat vor seinen Titelkämpfen die Nacht, in der Regel verrate ich jetzt einfach mal so gut wie nicht geschlafen Ahmet, deswegen die Frage, weißt du, ob Luka Plantic auch nicht geschlafen hat oder ist das eher so ein ruhiger Typ Luka Plantic ist nicht zu beunruhigen der ist cool, der nimmt das locker der schläft, der isst, der ist gelassen der hat gestern 75,8 gewogen heute wog er 84 Kilo Oh, das ist natürlich dann ordentlich was dahinter aber wie ist Jack Cullen einzuordnen? Was erwartet uns da für einen Kampf? Jack Cullen ist ein starker Engländer so wie wir sie kennen vom großen Promoter früher seine große Chance jetzt Luka Plantic steht auf Nummer 14 der Weltrangliste Jack Cullen ist unabhängig auf Top 20 er hat schon mal einen starken Türken besiegt Yildirim hat er mal klar besiegt und ja, für Luka wird es jetzt ein echter Champions League Kampf Was habt ihr mit Luka dann für Pläne? Wie soll es dann weitergehen? Weil du musst ja als Manager auch schon immer ein bisschen weiter denken weil das ist auch eine sehr sehr starke Klasse das Supermittelgewicht Also Luka Plantic will mit diesem Kampf in die Top 10 kommen das ist für Universum für uns ein riesen Schritt dann haben wir mal wieder im Supermittelgewicht ein Top 10 Fighter und dann geht es Richtung Canelo alles andere ist uninteressant Okay, interessant vor allen Dingen jetzt Dankeschön Armin Oehner interessant ist jetzt der Hauptkampf denn der steht unmittelbar bevor und deswegen jetzt genug des Vorspiels jetzt kommen wir zur Sache und das in Persona Kai Pettmann Meine Damen und Herren Ladies and Gentlemen Boxfans all over the world it's time for the main fight for tonight's evening Willkommen zum ersten Titelkampf des heutigen Abends der WBC International Super Middleweight Title and I say welcome to Aschaffenburg to all the Boxfans all over the world und ich rufe in den Ring I call to the ring the fighter from the United Kingdom little lover meet Cleaver welcome Jack Colin we're out we're out we're out Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ladies and Gentlemen, 10 Rounds of Boxing. The Boxes to the Santa. I spoke to both of you in the dressing room. Obey my commands at all times and protect yourself at all times. I don't want to see punches lower than this. Absolutely no rabbit punches and no kidney punches. Touch gloves. The fight is all ready. Ladies and Gentlemen, so let the fight begin. The fight is all ready. So, ganz schön. Ganz schön. Ich bin aber ganz klar. Du bist Plantic? Ja. Ich bin ja. Das war eine Weile. Ist eigentlich 1-0 vorgekommen. Geht direkt stürmisch los. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird dieser Kampf nicht über die Runden gehen. Kationen. Ich versuche es! Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Für Plantic musst du dich erst mal bestimmen. Der einfach nur nach vorne marschiert. Und jeder Schlag so schlägt, als ob er dich direkt ausknocken will. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Die Nase blutet schon von Jack Coole. Die Nase blutet schon von Jack Coole. Die Nase blutet schon von Jack Coole durch. Die Nase blutet schon von Jack Coole in der ersten Runde. Verkürzt die Distanz gut, geht rein. Dein Bruder macht häufig Sparling mit Plantic? Korrekt, die haben schon einige Runden Sparling gemacht. Plantic hat zum allerersten Mal über den Weg gelaufen, aber da ist sehr viel Sympathie da. Ich traue mich auch, ihn zu besuchen zu dürfen. Du kannst ja beim Umzug helfen. Und wieder rein. Klasse Gang. Kampf trifft sich hier tatsächlich ziemlich gut. Klasse Gang. Klasse Gang. Klasse Gang. Klasse Gang. Das ist ein ordentliches Pace. Ich bin mal gespannt. Jack Cullen. Das sieht man wie ein super Mittelgewicht hinter Jack Parker, der in seiner Karriere nur einen Kampf verloren hat. Ja, und das war gegen John Ryder. Ja, sehr gut. Ja. Gegen den IBO-Interimstitel. Ja. Nummer zwei ist Marc Jeffries, auch starker Mann. 17 Gäste, 17 Siege. Ja. Dann kommt Zach Chile. Und dann kommt André. Erst noch vor Marc Heffron. Ja. Mehr habe ich nicht. Gegen der Marc Jeffries ist englischer Meister. Ja. Und der Zach Chile ist Kamelwald und britischer Meister. Ja. Ist ja immer ganz streng aufgeteilt in England. Ja, ja. Was ich immer gut finde. Der englische Meistertitel ist wahnsinnig viel wert. In Deutschland wird der deutsche Meistertitel der Ehre ein bisschen. Gerne mal herabgestuft. Ja, ja. Das ist schade eigentlich. Ich habe ja schon Kämpfe gesehen. Da hat einer gegen drei Flaschen geboxt. Er durfte in der deutschen Meisterschaft kämpfen. Früher hat sie. Marc Schwedig muss 20, wenn wir zwar in die Kämpfe machen. Ich denke mal Ramborg. Ich glaube auch Rappag hat. Ja. 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 Man sieht schon die psychologischen Kriegsführer und plant das sein Gesicht. Ja. 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 Also Jack Gallen ist gerade mit einem riesigen Gin ausgestattet, fünfmal verloren, viermal vorzeitig, also da ist was zu machen für Plandtisch. Gallen die Nummer 25 in der Welt. Ja, der Gewinner von den beiden geht auf jeden Fall einen ordentlichen Step weiter nach vorne. Beim WBC. Nicht nur bei der WBC, sondern auch generell im World Ranking. Ja, der hat die Führung behalten. Meine Augen, der plantet. Ich würde sagen, dass die Runde war jetzt eher etwas ruhiger. Die ersten zwei Runden hat Punch auf jeden Fall für sich geholt. Klar, die Runde würde ich auch leichte Vorzüge verplanen. Der Gallen ist mittlerweile sehr viel im Rückwärtsgang. Die klaren Treffer haben schon seine Akzente gesetzt und zeigen jetzt schon ihre Wirkung. Man sieht, wie das Tempo nachgelassen hat und wie die Spannung auch der beiden Kämpfer im Vergleich zur ersten Runde maximal nachgelassen hat. Wir sind gespannt, was uns in der vierten Runde überrascht. Der Jack Hine war als Amateur gar nicht so erfolgreich. 2014 war sein bestes Abschneiden bei englischen Meisterschaften. Da kam er ins Viertelfinale und das war es dann schon. Ja, natürlich hat Luca Plant sich anders abgeräumt. Ja, der Olympia, ich glaube Achtel- oder Viertelfinale. Ja, der offene Schlagabtshaus gegen Plant sich ist natürlich tödlich. Ein weiser Mann hat zu mir gesagt, Infight ist wie Lotto spielen. Geht auf Dauer meistens nach hinten los. Geht auf Dauer meistens nach hinten los. Und wer war der weiße Mann, muss ich mir auch fragen. Der weiße Mann war mein Vater. Er ist ja sehr offen, der Kalb. und er macht es ja. Ja, im kroatischen Boxen tut sich einiges nach gerade, auf dem Schwergewicht mit dem Rockeritsch. Ich bin gespannt, was sich vor allem auch in unserer Gewichter so tut. Ich bin gespannt, was sich vor allem auch in unserer Gewichter so tut. Ich bin gespannt, was sich vor allem auch in unserer Gewichter so tut. Gute! Gute Gute! Gute Gute! Gute Gute! Gallen ist Profis seit 2016. der englische meister gegen der jack daris gleich darauf die zweite niederlage 2020 unentschieden gegen jack den chile 2021 internationaler meister der ibf gegen keine gegen renglern als armen zwei judges zählen 4 0 für plantage und ein judge 3 1 für plantage hätte ich jetzt ebenfalls gesagt ja 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 ecki kallen hat es handbochen in der hand ja 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 Aber von der Hand zum Wurf ist noch ein langer Weg. Von der Hand zum Wurf ist noch ein langer Weg. It's not over till it's over. Oh, lieber. Ich glaube, sie müssen spät jetzt. Zu früh, zu früh. Oh, muss er noch mal umdrehen. So, jetzt wird er noch nicht überlegt. Dani, fad noch wieder. Joashtar, Donnerkampf. Jürger, 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 Jürger... Jürger, 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 Jürger. Luca Patti! Luca Patti! Luca! Luka! 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 Die Freunde sind groß, in der Ecke von Luka Blatt, bei Armin Hildner. Und da haben wir einen, letztes Jahr bei Arena und bei Universum, der wirklich die Boxwelt aufmischen kann, in seiner Gebietsklasse. Leon Bauer hat vorhin gesagt, der Züger wird einen gewaltigen Sprung da vorne machen. Und das ist auch so. Kleiner, harter Knochen, dieser Plantisch. So, und da ist er, der Kochen mit harter. Luka! 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 die olympische spiele in japan aus in der zweiten runde allerdings gegen die mexikaner rogelio romero begann mit zehn jahren mit dem box macht als geht gerade dann haben wir in seinem bruder mit dem traditionellen boxen das war es dann war es mir geschehen der gute namen der weltbesten salvage kämpfer welt- und europameister eine französische sportpartie aussehen und der fremden region da halbricht trainiert wird und war also meist am hosten europameisterschaftsritter im halbschwerten gewicht meine Damen und Herren ladies in general before we come to the results this is Aschaffenburg germany this is universal boxing and also promoted by arena boxing this is not london this is not manchester this is not new york this is not las vegas this is germany thank you very much gentlemen for this great fight thank you very much and now after two minutes and 35 seconds in the fifth round winner by TKO and still undefeated from croatia luca the thunder planted and the bell is given by the wbc supervisor mr tomorrow batte one so luca great performance great fight okay we start with a photo bitte erst mal die stehende kollegen damit sie auch den sieger im bild haben das klappt doch schon mal ganz gut die kollegen vom stehende bild dankeschön dafür well luca congrats great 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 performance you gave to all your fans here so how proud are you after this performance very good i'm good prepared for this fight and i want to next canelo of another to top 10 fighters that that's a big shot you have to ask the manager is it realistic canelo ahmed yes definitely habt ihr alle gesehen auf jeden fall okay so luca tell us how did you do that uh such a high speed every single hit was very tough how did you manage to do that all the time through the end you and he was a tough cookie i mean you see i first two and uh two and three round pushing and uh another rounds i punch and put my opponent down okay finally when do we see the next action from you in the ring i don't know you must talk with my promoter ahmed and you know everything okay next fight thank you so much congrats once again luca plantage amit ganz kurz am ende hat noch gesagt sein manager weiß so viel zur journalistischen sorgfaltspflicht wann sein nächster kampus wann sehen wir wieder action mit luca plantage im ring kann man schon sagen ja im sommer juli august wird er wieder boxen aktivität ist wichtig und er hat jetzt den sprung in die top ten gemacht und wir wollen jetzt um die wm demnächst boxen nächstes jahr ein guter plan dankeschön amit öhner und ich gebe mal ab zu sylvie denn die hat jemand am mikro der ganz genau weiß was das hier für ein kampf war definitiv und er lebt die noch mit aber leon jedes mal wenn ich dich erlebe ne ob du im ring stand ist ob es vor dem kampf ist jetzt auch nach diesem hammerkampf du bist immer die coolness in person wie war es jetzt gerade während des kampfes tatsächlich dadurch dass ich sympathie gegenüber plantage habe habe ich fühle ich immer mit ich habe mich immer so eine so eine angeborene kannst du kroatisch unter anderem wenn dann hast du es bestimmt jetzt auch gelernt von den leuten die mit waren aber egal wir bleiben erst mal bei unserem thema auf jeden fall also zurück zum thema ich glaube dass ich in mir drin geht es dann will es dann schon mal ein bisschen aber ich glaube dass es dann außen ziemlich dann der noch cool wirke und entspannt ich glaube es auch wichtig wenn man da hoch reingeht den kühlen kopf zu wandern einfach das zu machen was man kann gibt es noch kleine mängel die du sagen würdest du für den nächsten kampf was wir jetzt gerade gehört haben im juli wahrscheinlich was man noch verbessern könnte für den sieger aus den beiden oder beziehungsweise wie gesagt ich habe plant es selber noch nicht an den händen gehabt würde mich mal wäre mir eine freude mit ihm den ring zu teilen im sparring erst mal und aber jetzt aus dem kampf da jetzt zustand irgendwas zu sagen ich glaube das ist sein stil so wie er das macht dass er das sehr gut aus feilt er ist einfach ein harter brocken und er marschiert einfach nach vorne und das mit einer frechen dreistigkeit die einfach nur schön anzusehen ist von dem gönne ich ihm den sieg und hofft hat er natürlich auch dass er genau das nächste kampf genauso erfolgreich ist wie der jetzt schön anzusehen sind auch die bilder die wir jetzt glaube ich sehen denn ihr habt euch umarmt und oder wir haben sie schon gesehen habt euch umarmt hast ihm noch irgendwas gesagt oder hast ihm schon vorgeschlagen du wir treffen uns dann und dann zum sparring ich glaube tatsächlich dass es unter unter anderem kommen wird aber einfach glück gewünscht einfach für einen geilen kampf endeffekt vom tag sind wir auch wenn wir irgendwann oben den ring teilen keine feinde weil so sondern am endeffekt von jedem der hier hoch geht den respekt soll und nach einer geilen performance sowieso und dann hat es sich heute verdient und deswegen stehe ich denn da überhaupt nicht im weg sondern er soll sich heute richtig feiern weil dann hat es sich wirklich erkämpft was ich gerne noch persönlich wissen würde nimmt man sich von so einem kampf wenn man ihn auch so genau beobachtet hat als co kommentator noch was mit für die eigenen denn du wirst ja auch mit deinem bruder dann wieder für universum hier schön aktiv werden tatsächlich für mich weniger nee ich habe mein eigenes konzept und ich fahre mit meinem konzept ziemlich gut wie genau wie jeder andere und jetzt es gibt immer wieder das ein oder andere man wo ich sage okay das ist interessant da so macht er das so macht jenes aber ich war so gut und bin erfolgreich mit dem was ich kann und ich glaube das drückte mich auch ganz da oben und vielleicht sehen wir dich ja im sommer im sommerurlaub dann in kroatien mit luka zusammen trainieren möglicherweise ich würde es nicht ausschließen super und wir schließen nicht aus dass sie dranbleiben denn wir sind gleich zurück mit den nächsten kämpfen und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu dem Kampf, der eigentlich vorgeplant war. Aber da wir um 22.15 Uhr live bei RTL Croatia drauf waren, haben wir denen dann vorgezogen. An dieser Stelle wirklich ein großes Dankeschön an die Boxer, die natürlich schon bereit standen. Es geht in super Mittelgewicht und Gabor Gorbic ist definitiv ein unbequemer Gegner, vielleicht einer der unbequemsten, die sich Frank Kilp überhaupt wünschen kann. Gerade zwei Profikämpfe hinter sich und der gute Gabor, mittlerweile sind es 74 an der Zahl. Und wir kommen jetzt zum super Mittelgewicht, eingesetzt auf vier Runden. Und ich rufe in den Ring den Boxer aus Ungarn, Gabor Gorbic. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen zu den Punktrichtern. Und der Mann im Ring, Uwe Lorch. Und nun kommen wir zur blauen Ecke. Der Boxer ist 36 Jahre alt, 1 Meter, 77 groß, 71,6 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz. 74 Kämpfe, 26 Siege. 16 davon durch Knockout bei drei Unentschieden. Er tritt an für GFC Fight Group in seiner Ecke. Herzlich willkommen aus Ungarn, Gabo Gorbic. Sein Gegner in der Roten Ecke ist 23 Jahre jung. Eine Bitte 85, 75,2 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz als Profi. Zwei Kämpfe, zwei Siege. Er kommt aus Darmstadt, tritt an für Universum Boxing. Sein Coach King Arthur Gregorian in seiner Ecke, Orkan. Herzlich willkommen heute Abend hier in der Schaffenburg, Frank the Tank Killed. Hier kam es eingesetzt auf vier roten 4 rounds all Boxing. Die Boxer sind bereit, so let the fight begin. GIFT, 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 GIFT. Schauspieler Schauspieler mehr rote, mehr rosa, schwarz. Interessanter Mann. Steckte Balke. Corona hat den Kopf nicht in der Hand, sondern hat sich gesagt, sieht gut aus. Dann gehe ich mal in Paris auf die Laufstege. Und hat sich der Volkreich durchgesetzt. Ist jetzt nicht gerade das meistgebote Model in der französischen Hauptstadt, aber hat durchaus seine Erfolge dort gefeiert. Der Gorbisch ist auch so einer. Wir sind ganz sehr, ganz zäher, ganz zäher. Wenn man sich mal seine Kampferkiste anschaut. 45 Niederlagen, aber nur neun vorzeitige. Drei Unschieden kommen noch dazu. Und 25 Siege bei 16 K.O. Also durchaus ein ernstzunehmender Gegner. Dieser Gabor Borbisch. Das Eichhörnchen. Die hat aber nicht zu vorsichtig angehend er gilt. Da muss er schon ein bisschen durchziehen. Da kann er noch ein bisschen bearbeiten. Das war's. Red Bull! Red Bull! Red Bull! Red Bull! Red Bull! Red Bull! Ja, für Englisch, für Englisch. 12 ist über. Eine gute erste Runde. Sprüht hier nicht gerade vom boxerischen Witz und Schnelligkeit. Aber weiter haben wir hier zusammengerissen und haben eine gute Leistung gezeigt. Frank the Tank. Sechs Siege. Nummer 36 in das Super-Mittelgewicht. Das wird übrigens in Deutschland angeführt von Ramon Zahnhofer. Nummer 2. Ex-Weltmeister. Drei Rezeuge. Drei Arthur Reis. Vier Felix Sturm. Und fünf Leon Bauer. Und sechs Himmert Schubert. Das ist der Sturm. Und dann wollen wir den Wahnsinnigen. Das Interviewpakt noch mit ihm. Das wird er ändern und sagen, ich will schnell. Der Wagner-Bauer. Und ich. Im Kampf gegen Sturm selbst. Unrecht hat er ehrlich. Und immer mein Ländler hat er nicht mehr zu tun. Red Bull! Red Bull! Red Bull! Red Bull! Red Bull! Der Fotografen hat aber recht, wenn da einer auf die Kamera dreht und sich den Fuß verbiegt, dann sage ich, das ist in der Sache. Das hat er eben wieder gut gemacht. Der Korb ist ein bisschen ratlos. Was fange ich mit dem Burschen an? Ich weiß nicht, warum die alle immer noch Händler machen wollen. Einige von den Plantisch-Fans sind jetzt draußen feiern. Die Rechte war ausgepackt. Ja, ist auch einer, den man auf dem Settel haben sollte. Der Kampf gegen Zarnobel kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, auch wie die beiden ausgelegt sind. Das kann eine ganz interessante Geste werden. Natürlich steht da eine Schlange bei Zarnobel und da sagt sie, naja, dann kommt mal rüber mit guten Angeboten. Ich habe Zeit vor allem. Viele haben auch die Entwicklung von Zarnobel noch gar nicht so richtig realisiert. Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren und war kleinlich geschweigert. Auch vom Körperlichen her. Ja. Gut gelöst geworden. Schnell, beweglich. Hacker, affe, hände. Ich konnte mich selbst überzeugen. Alles Grundvoraussetzungen, mal voll zu haben, international. Lange Kampf haben wir, auch für die Kameraleute. Wie diese Kilo-Geräte, den ganzen Abend hier durch die Halle bumsieren müssen. Ja, wie finden Sie die zünftige Idee? Ich bin immer gar gut. Oh, Mensch. Das ist alles brav, was er macht. Das ist alles hart und fuß. Aber es ist überraschend, dass sie mal nicht diese Aktion, die mal hier so aus dem Nichts von den Leberhaken abzieht. Viel zu vorsichtig. Man läuft natürlich in diese harten Hände von Frank. Ich muss es ja sagen. Hilflos, wie er da so steht und nicht mühsam versuchen. Das war, Ideen in den Hirn einzuprügeln, wie er den einigermaßen beherrschen kann. Vor der Erfahrung kann sie nicht liegen. Mit 51 Kämpfen. Ich glaube, ich hatte zu Beginn seiner Karriere zwischen 2012 und 2016 einen super Lauf. Er hat von seinen ersten Jahren 20 Kämpfen gewonnen. Er hat 21. Er hat mal ihn gekriegt. Er war ungarischer Meister im Superleichtgewicht, slowenischer Meister im Weltergewicht und ungarischer Meister im Weltergewicht. Da kommt man dann locker ein. Na ja. 2016 in der Niederlage um den WBO-European-Titel gegen den starken Valisa, Lyon & Williams. Und von daher wurde es ja alldurch's holprig. Ja, und die Verbände, die werfen manchmal so mit den Gürteln um sich. Auch wenn es eine gute Einnahmequelle ist. Wer bemüht sich, würde ich jetzt dem guten Zeug nicht sehen. Gabor und Gorbic bemüht sich, eine gute Leistung zu zeigen. Aber mehr ist halt auch nicht. Er hat all bemühen. Das ist ja mächtig aufgetragen. Aber ist ja klar, so ein Motto besiegt, es muss geprägt und geheckt werden. Aber die meisten aus den WM-Bergen irritation können. Sie sehen es immer bei einem Mitarbeiter von uns. Kommt nicht Ohr! Auch ein bekanntes Wortаем. Der hat ihn angemacht. Weil er alles richtig ins Gesicht schmieren muss. Ja, viele Schläge landen da im Nichts von Gabor Vorbic. Ja, viele Schläge landen da im Nichts von Gabor Vorbic. Aber ich denke, es macht auch Sinn, solche Beanstaltungen da stattfinden zu lassen, wo die Boxer herkommen. Die bringen automatisch viele Soundgäste mit, Verwandte, Bekannte, Freunde, Familienmitglieder, die, Herr Söckling, in der Kumpfer-Kramel nachgesehen, sich alle Kämpfe da im Livestream irgendwo weltweit anzuschauen. Und sie kommen sich her und feiern dann ihre Jungs. Ich bin mal gespannt, ob wir die Idee durchsetzen. Diesmal ist Ösen-Otto, hier mit einer deutschen Staffel an den Start zu gehen. Das gab es ja schon mal bei SES mit Ulf Steinfurt. Deutsche Juniornationalmannschaft. Ich reihe da so auf. Es sind einige Talente daraus hervorgegangen. Aber das hören sich ja alle Säleis heute Abend, was sie den jungen Torschen da dem Publikum zu eignen. Und nochmal, wir sind hier am Schwarzwald oder in Baden-Württemberg. Und da kommen gerade mal zwei Boxer her. Und der Rest war Hamburg und sonst wo zusammengewürfelt in London, in Ungarn. Ungarn war die größte Enttäuschung heute. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Das ist gerade auch eines, was ich mir gut mag. Immer dieses, nicht dann sofort an den Ärmel fassen. Und ach, tut das jetzt weh? Und dann weiß man ganz genau, das war's. Da geht es runter und die Kabine holt sein Geld und setzt sich auf der Woppe, du verschwindest. Na, so langsam wird es dann doch leerer. Ich habe einige der Weltklappenleute vor dem Volkst gehabt, ja. Korbic 2018, die Niederlage gegen den Franzosen, Hamid El Moussaoui und gegen die tabachische Boxhoffnung. Dania Jeleusinov, 2013 Amateur-Weltmeister in Almaty, der Besuch-Gematt-Finale erreicht. Dania Jeleusinov, 2015 war er bei der Weltmeisterschaft in der Lage-Finale gegen den Marokkaner Mohamed Rabi, der auch mal kurzfristig war und steigend vor als SES-Pokke aufgetaucht war. Ich würde mich auch mal interessieren, was er hier geworden ist. Ich würde mich auch mal interessieren. 2016 Olympia in Rio war er noch. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Verkündung. Die war einstimmig. Unanimous decision mit 3 zu 0 Punkt. Und dann wird auch im dritten Profikampf ungeschlagen von Universum Boxing Frank Knöpchen. Glückwunsch zum Sieg erstmal. Welchen Titel würdest du diesem Kampf geben? Diesem Titel? Such einen Titel aus für diesen Kampf. Deutsche Meisterschaft. Wie würdest du deine Ziele erreichen, gerade jetzt, wo du so viel Kraft gesammelt hast für den nächsten Kampf? Ja, Step by Step. Letzte Woche gekämpft, heute gekämpft. Wir machen kleine Schritte. Aber dafür werden sie erfolgreich werden am Ende des Tages. War es heutzutage oder heute sozusagen ein Lieblingsgegner von dir? Ein Lieblingsgegner? Ja, wir wussten, dieser Mann, der geht nicht schnell runter. Hatten sozusagen einen Holzkopf. Und genau das haben wir uns ausgesucht und gewünscht. Ein Mann, der nicht direkt runter geht. Und mit dem ich boxen kann und Spaß haben kann. Wann wird der nächste Kampf sein? Am 11. Mai greifen wir nochmal an. In Köln, in der Motor World. Und dann holen wir uns den nächsten Sieg. Ganz einfach. Und das ist auch ein super Teasing, denn das wollen wir euch da draußen auch immer wieder sagen. 11. Mai, der nächste Kampfabend von Universum Boxen steht schon. Auch deine Crowd hast du mitgebracht. Wie sehr kriegt man das überhaupt noch im Ring mit, wenn die mitfiebern? Meine Jungs geben mir Kraft, wenn die mich anfeuern. Ich habe Bock mehr Gas zu geben, mehr Show zu zeigen, besser zu sein. Und danke Jungs. Lasst mal was hören. Super. Und mit genauso viel Carraro gehen wir kurz in die Werbung und sind gleich wieder zurück. Wenn ihr auch so eine Topjacke wie Frankie haben wollt oder wie ich eine habe, könnt ihr 40% sparen, indem ihr Mitglied auf dem YouTube-Kanal von Universum Sports werdet. Wir wissen auch alle, ihr seid kleine Schnäppchenjäger, deshalb schlagt schnell zu. Bam! Super. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen zum nächsten Kampf des heutigen Abend. Das ist der vorletzte Kampf und es geht nochmal ins Schwergewicht. Ein Venezuelaner gegen vielleicht eine der größten Schwergewichtshoffnungen in Deutschland. Neu Zugang ebenfalls bei Universum Boxing. Florian Schulz, 1,98 Meter. Eine großartige Amateurlaufbahn. Der Mann weiß also, wie geboxt wird und jetzt wird er langsam an die Profis herangeführt. Er hat bereits drei Kämpfe hinter sich und die erfolgreich bestritten. Und willkommen, wie gesagt, zum elften Kampf des heutigen Abends. Und ich rufe in den Ring aus Venezuela, Johnny Molina. Und ich rufe in den Ring aus Venezuela. und ich rufe in den Ring aus Venezuela. In der Roten Ecke tritt an für Universum Boxing aus Greifswald. Herzlich willkommen, Leute, und hier in Aschaffenburg, Florian Schulz! Und ich rufe in den Ring aus Venezuela. Und ich rufe in den Ring aus Venezuela. Herzlich willkommen, Florian Schulz! und ich rufe in den Ring aus Venezuela. Und wir kommen zu den Punktrichtern. in der Blaunecker 46, Lenzi Jung, 1,84 Meter groß, 114 Kilogramm schwer, seine Kampfbilanz. 21 Kämpfe, 13 Siege, 8 davon durchs Knockout bei einem Unentschieden. Er kommt aus Venezuela. Herzlich willkommen, heute Abend hier im Ring, Gianni Molina! Sein Gegner in der Roten Ecke ist 30 Jahre alt, 1,98 Meter groß, 120,9 Kilogramm schwer. Als Amateur erfolgreich. Jetzt als Profi, 3 Kämpfe, 3 Siege, 3 Mal durch, Knockout, er tritt an für Universum Boxing in seiner Ecke. King Arthur Gregorian, Robert Tarruccian, Gregor Haselberger und sein Manager Daniel Todorovic. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Aschaffenburg! Florian Schulz! Der Kampf ist angesetzt auf 8 Runden, 8 Rounds of Boxing! The Boxing is to the center! So, Kommando, hör! Okay, stopping, stopping, brake, step brake, okay? Checking! Ja, da darf man den Kampf mal beginnen. War ja eine ganze Menge heute. Zwölf Kämpfe. Los geht's Ist natürlich ein routinierter Mann Der Johnny Molina Man hat allerdings ein paar Kieler zu viel Sich um die Hüfte gelegt Weihnachten bekommt einigen nicht ganz so gut Und dann Ursula noch oben drauf Was der Schulz gut macht Ist mit der Führung seiner Arbeit Leon Bauer ist wieder da Falls du hast Beitragen Also jetzt Bitte Ich seh Florian Schulz zum allerersten Mal live Ich hab schon sehr viel Positives über ihn gehört Ich bin jetzt mal gespannt Na ist seine Körpergröße recht beweglich Ich hab in dem Video schon gesehen Er hat ja Das ist ein alter auch nicht so viele kämpfe gemacht 21 davon 13 geworden Aber er ist immerhin Nummer 1 seines Landes im Schwergewicht Und Prinz auf 242 in der Welt Ich glaub mein Bauch kann man ihm schwer weh tun Sehr offen, ne? Ja, ja Das abtasten die erste Runde Die erste Runde Könntest du dir vorstellen Das ist so ein Für mich Vier Gewichtlassen nach oben zu gehen Das ist so ein kleines Schwergewicht Das wäre eine absolute Lachplatte Ja, ja Geschweige denn, dass die Schwergewichte von heute Ja Ganz oben absolute Maschinen sind Naja, natürlich Dass man sich da die Weltspitze anguckt Ja, ja Das ist gar nicht mehr wie Floyd Petersen. Was hat er gehabt? 87 Kilo oder 86 Kilo? Ich glaube tatsächlich, früher waren es nicht mehr als 95, 100 Kilo. Aber das ist ja mittlerweile... Der Rocky Marciano ist noch drin, als geht er runter. Wie so ein Holzfäller, ne? Hatte so einen Ast nah am anderen abgesägt. Naja, steht hier an die Weile und... und kassiert. Mit 46 Jahren... ...leichter Gesundheitswörter? Wie soll die Handlung gesundheitlich? Wie soll die Handlung gesundheitlich? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, das war eine ähnliche Thematik, korrekt. Ja, ja. 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 gegen Konstantin Chou war ja auch so ein Ding, dass man eigentlich den dritten Kampf gewonnen hatte, hatten die aber schon hatten den nächsten Kampf organisiert und dann haben die gesagt, ich habe ein bisschen mehr Geld ein mit dem Chou als mit dem Orca. Es ist natürlich immer noch ein Geschäft hinten dran, auf jeden Fall. Allerdings, wie gesagt, ist es natürlich auch erstmal eine Kunst, das Niveau in Amerika auf diesem Level mitboxen zu können. Ja, natürlich. Weil das, ich würde behaupten, das Niveau in Amerika schon maximal hoch ist und sich da drüben zu behaupten, dann ist man wirklich, dann hat man es wirklich von der Leistung her gepackt, würde ich behaupten. Ja, ein bisschen eingeschlafen das ganze Jahr. Ja, ich kann es tatsächlich gar nicht einschätzen. Ich habe so mein Wohlfühlgewicht, ich bin aber natürlich auch Gewichtsklassen gebunden, inwieweit es als Schwergewicht da ist, weil du bist natürlich auf der einen Seite, brauchst du nicht diese Essensdisziplin rein theoretisch von der Waage her. Ja, dennoch gibt es für viele Schwergewichter noch so ein Wohlfühlgewicht, das ist dann tatsächlich ziemlich schwierig, weil für die Diät gehört für mich zum Beispiel zu einer Vorbereitung dazu, auch die Rennen jetzt ein paar Kilos runter machen, dann weißt du, dass ich ready bin. Auch für die Ernsthaftigkeit in der Küche, das hast du als Schwergewicht halt nur mäßig bis wenig. Gut, aber man sieht, es gibt natürlich auch das Paradebeispiel, Tyson Fury. Dem kann man natürlich nett nachsagen, dass er boxerisch irgendwas falsch macht, auch wenn er, sage ich mal, die Figur da nicht dafür spricht. Die Ausnahme hast du immer. Der hat sich ganz gut berappelt, ne, der Johnny Molina. Tatsächlich, ja, ja. Also es waren, ich habe tatsächlich gedacht, dass deine Prognose aufgehend in der zweiten Runde nach dem sehr guten Niederschlag, nach einem guten Treffer mit der Gratlandskinn. Probi seit 2017 ist der Molina, 2008 mit Unentschieden, geboxt um den WPC, PK-Box-Titel gegen Abigail Soto aus der Dominikanischen Republik. Im selben Jahr noch K.O. 3-Niederlage bei der Revanche 2023. K.O. 3-Niederlage gegen Jesus. Es ist Klaver aus Puerto Rico. Dabei ging es um mehrere kleine Titel, wie den der American Boxing Federation, Ubo Interconti und WBC Ferca. Und zuletzt Siege über John Ruiz aus Venezuela und William Cassio Santos Coutinho aus Brasilien, wobei Coutinho aufgeben muss wegen einer schweren Armverletzung. von K.O. 3-Niederlage gegen die Runde, dass wir das noch zeigen. Vorgelius! 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 Der Schlagwirbel fände ein bisschen bei Schulz. Das hat er im letzten Kampf auch gehabt, den hat er noch mal richtig nach vorne Gas gegeben. Er hat dann vorzeitig gewonnen, aber heute ist es irgendwie, haben wir das gesagt, drei Kämpfe in drei Wochen. Kostet die auch kraft, ne? Logisch, klar. Die muss man natürlich auch erst mal aufbringen. Ja, mir persönlich fehlt auch gerade die Spritzigkeit des Kampfes. Die Dynamik. Also, die Schlaggewalt ist ja weit weg. Molina. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das heißt, es muss auch schnell liegen. Vielen Dank. Greifswald ist die Kreisstadt des Landkreises Vorpommern-Greifswald im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern. Okay. So. Jetzt haben wir das auch. Das ist eine Hand in der Stadt. Wieder was gelernt heute. Ja. Ja. Hat sieben Jahre bei uns gemacht. Das ist eine lange Strecke. Und dann kämpfen Sie dann in den Olympiastützpunkt. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Siebter bei den Jugend-Europameisterschaften in der Ukraine, 2011 deutscher Jugendmeister und fünfter bei den Jugend-Europameisterschaften auf Island und 2012 dann deutscher Meister und endlich mit der Medaille bei der Weltmeisterschaft der Jugend in Armenien da holt er sich Bronze, der gute Florian Schulz. Schmerkopf, 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 Schmerkopf. Da. Auch den Jazz. Ja, auch den Jazz. Wo weit? Nein, dann kriegst du nicht so ein Öffnissen. Geh mit einem Schritt rein. Deckel. Turm Ready, die Strecke sind. Ich darf an der Stelle René, meinen Adeltrainer bestens grüßen. Ich hoffe, dir geht es gut. Schade, dass du nicht selber da bist. Ich freue mich dich in Hamburg zu sehen. Er sitzt nämlich gerade live daheim vor dem PC und schaut das Ganze. Noch mal die letzten zwei Runden jetzt angebrochen. Was muss ein Athletiktrainer können, speziell? Der Athletiktrainer oder ein guter Athletiktrainer sollte ein Verständnis haben, was der Sport an sich braucht. Weil jeder oder was der Athlet an sich braucht, wie spezifisch er oder anders erklärt. Im Boxen muss er ein Verständnis vom Boxen haben. Dann muss er sich damit auseinandersetzen, dass ein Schwergewichtler anders trainieren muss wie ein Supermittelgewichtler. Und er muss natürlich auch auf die Konditionen des Sportlers mit seiner Körperkonstitution, das heißt mit seiner Größe und wie er damit boxt. Darauf muss er perfekt umgehen und ihn darauf einschieben, dass er in seinem Boxstil stärker wird. Und das ist eine kleine Kunst tatsächlich. Und das ist nicht nur auf den körperlichen Aspekt und auf die Fitness, sondern auch auf den mentalen Aspekt, die Hand-Augen-Koordination und verschiedene Gehirnbereiche zu trainieren. Da ist die Wissenschaftler mittlerweile so weit, dass es da ganz neue Trainingsansätze gibt. Und dann einen passenden Athletetrainern zu finden, ist auch eine Kunst, der einen bis nach oben begleiten kann. Aber es freut mich sowieso immer, dass auf Mannschaften des Trainings gleich gestrickt ist. Da macht man die gleichen Übungen wie der Mittelstürmer, anstatt dass man da auf die individuellen Vorzüge heisst. Und da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus. Ich glaube auch, dass hier einzelne Positionen individuell betreut werden. Allerdings ist natürlich ein Athletiktrainer nicht gleich ein Athletiktrainer, genau wie ein Profiboxer nicht gleich ein Profiboxer ist. Da gibt es ja einen Grund, warum es da Stufen gibt. Und ja, ich habe da mit sehr vielen Trainern schon zusammengearbeitet und sehr viel Erfahrung selber machen dürfen. Und mittlerweile auch zu wissen, glaube ich, was mir gut tut und was weniger. Und 2014 holte er sich die Silbermedaille bei dem Gemi-Pokal. Florian Schulz, Niederlage im Finale gegen den späteren Weltklassemann Joe Joyce. Also, der besiegt ja bei diesem Turnier den Olympiasieger von Rio, Tony Yoga, der es auch nicht geschafft hat bei den Profis. Nichts sonderlich in die Szene zu setzen. Ja, ich glaube, der hat auch mit dabei die dritte Niederlage gekriegt, der Tony Yoga, glaube ich. Auch ganz starker Franzose. Warum es bei dem nicht geklappt hat? Ja, es ist halt nicht jeder für den Weltmeistertitel parat, ne? Ist ja nicht der Einzige, der gescheitert ist. Ich glaube tatsächlich, dass es bei vielen weniger an der boxerischen Leistung ist, als vielmehr auch dieses geschäftliche Modell, auch diese Struktur, auch dieses Training, auch diese Birne. Ja, es ist gut, den ganzen Tag im Einsatz der Flavis, ja. Das hat ein paar Leute gedauert,ская Kampagne, die Juhlowitsch. ausgenommen, oder? Das geht dem Flavisa ja zu lange. So, jetzt ist es da. Naja, die Pfiff hat das hier nicht verdient. Jetzt sind wir ein bisschen in die letzte Runde gekommen, der gute Molina. Und dann nochmal zu den großen Erfolgen von Florian Schulz. 2015 in der Europameisterschaft, im bulgarischen Somokov. Da holt er sich die Silbermedaille. Und da lag nur im Finale Demokrater Philipp Rogović. Der momentan ganz heiß über einen WM-Kern gehandelt wird. Da bevor besiegt er Ruben Nassayan aus Belgien. Ali Ehren, Demirezen aus der Türkei und dem Wuhan. Peter Belmerov. Also, der hat schon gegen guten Leute im Ring gestanden. Und hat sich gegen guten Leute auch gut verkauft. 2015 hat er immerhin im Viertelfinale erschienen. Bei der Weltmeisterschaft in der Lage gegen den starken Klassnacht. Die war in Ticzko. In der Bundesliga kämpfte Schulz für Hanse Wiesmar. Und in der World Box Series DSB für die Polen von Rafako Huseic. Wurde nicht mit in den Olympischen Spielen genommen. In Rio, da Erik Pfeiffer sich schon qualifiziert hatte. Also beendete er. Wutschnaubt mit seiner Karriere. Aber jetzt haben wir ihn ja endlich wieder mit seinem Promoter Daniel Tredorovic zurück. Und auch Axel Schulz steht ab und zu als sein Berater. Zur Verfügung. Weißen wir mal mehr. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Sieher durch. Technische Knockout in der achten Runde nach 30 Sekunden. Und damit weiterhin ungeschlagen als Profi. Florian Schulz. Florian Schulz. Florian, Glückwunsch zum Sieg. Achso, ja. Diese wäre schon ab. Entschuldigung. Was hat es dir denn erst mal am Ende dann auch so schwer gemacht, dass es dann doch über die volle Distanz ging? Ja, ich habe nicht gedacht, dass es doch über acht Runden geht. Ich bin auch erst seit zwei Monaten, ist kein Entschuldigung, seit zwei Monaten voll im Training. Ich wusste, dass es ein Holzkopf ist, so wie Frankie vorhin gesagt hat. Ja, ich habe dann eine zweite Runde ein bisschen überpaced von mir aus. Und dann habe ich versucht, weil ich wusste, das kann acht Runden gehen, ein bisschen Tempo rausgenommen. Und ja, dann hat es doch noch zum Schluss geklappt. Aber irgendwie ist es auch wieder schön bei dir, wenn man sich so deine Vita anschaut, ne? Der Sport schreibt Geschichte. Also, da bist du im vollen Saft drin, bist richtig gut, Silber bei der Europameisterschaft, Amateurboxen, dann aber keine Olympiastartberechtigung. Das ist auf und ab und jetzt Sieg bei Sieg. Wo soll es hingehen? Nach ganz oben, so wie jeder eigentlich sagt, ne? Ich steige morgen auch gleich wieder ins Training ein. Ich habe viel nachzuholen. Ich habe lange Pause gehabt. Fünf Jahre Pause gehabt, 2016 aufgehört. Ja, und jetzt wollte ich es eigentlich nochmal wissen. Ich will es mir selber nochmal beweisen. Ich will es keinem anderen beweisen. Ich will es mir beweisen. Boxen kann ich. Ich muss fit werden. Und da bin ich jetzt auf einem guten Weg. Genieß diesen Sieg. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, was in der Kabine los ist bei Sergei Kürmert. Denn du hast das schon alles hinter dir. Was ging dir in diesen Momenten da durch den Kopf? Ja, da geht erstmal nicht viel durch den Kopf mehr. Man ist im vollen Fokus und man wartet darauf, dass es losgeht. Und wir sind gespannt. Es soll endlich losgehen und deswegen bleibt dran. Wir sind gleich zurück. Wir sind gleich zurück. Wir sind gleich zurück. Moin, mein Name ist Katja Umlauf. Ich bin Ihre Vertrauensfrau und Agenturinhaberin in Hamburg Schnellse. Mit über zehn Jahren Berufserfahrung stehen mein Team und ich Ihnen rund um das Thema Versicherung sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zur Verfügung. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden vertrauensvoll und zuverlässig die perfekte Lösung für sie zu finden. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Katja Umlauf. Was geht ab Leute? Darmstads Power Rangers sind hier heute am Start. Ich hoffe ihr genießt die Show heute. Setzt euch hin, macht es euch gemütlich, holt euch eine Birche. Wir drehen heute richtig ab. Macht euch bereit für die neue deutsche Welle. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn ihr auch so eine Topjacke wie Frankie haben wollt oder wie ich eine habe, könnt ihr 40% sparen, indem ihr Mitglied auf dem YouTube-Kanal von Universum Sports werdet. Wir wissen auch alle, ihr seid kleine Schnäppchenjäger, deshalb schlagt schnell zu. Tom! Untertitelung. BR 2018 Und schon sind wir wieder am Ring und da ist Musik drin. Denn zwei berühmte türkische Musiker sind bei mir mit, Ferrat Tunç und Mikael Aslan. Was verbindet denn Musik und Boxen? Ja, ich freue mich für heute Abend und ich war mehrmals auf dem Boxkampf gewesen. Und der Ismail ist ein großer Fan von mir gewesen, als noch ein Kind gewesen hätte. Und seit 30 Jahren sind wir zusammen und ich bin sehr stolz, wirklich. Er macht sehr richtige Sachen und macht immer noch weiter. Sport ist nicht nur Sport, es ist Brüderlichkeit und Frieden und Demokratie, es ist alles zusammen und wirklich, das macht er richtig. Und dann hätte ich auch noch mal eine Idee, warum macht er nicht meine Einmarschmusik für den Boxkampf, das wäre doch mal was live. Also ich bin sehr stolz auf ihn, weil erstens Ismail aus meiner Heimat, aus Dersen kommt. Und zweitens, zweitens, der ein sehr erfolgreicher Mensch und aber er ist noch ein normaler Mensch geblieben. Drittens, er ist ein stolzer Kurde und ein stolz, mutiger Kurde, deswegen bin ich stolz auf ihn. Okay, Dankeschön euch beiden, ihr habt mal gesehen, ist Musik drin, dann mit der Einmarschmusik klären wir da noch ein andermal. So, sorry, da bin ich einmal ganz kurz durch, denn ich wollte gerade mal gucken, was macht denn eigentlich meine Kollegin Sylvie Walker, die flirtet natürlich ein bisschen mit Lea und Bauer rum. Nein, wir analysieren, wir analysieren. Ihr analysiert, ihr analysiert den Kampf, der jetzt noch kommt schon, im Vorfeld. Unter anderem, unter anderem analysieren wir bis jetzt die gelaufenen Kämpfe, wie so unser Eindruck war, wie die Veranstaltung ist und freuen uns auf den letzten Kampf. Wir hoffen, dass Leute nochmal ihre Plätze finden und nochmal alle reinkommen, um den letzten Kampf auch nochmal dem nötigen Respekt zu widmen und dass wir die Veranstaltung nochmal mit einem geilen Peng beenden können. Genau, und deswegen glaube ich, müssen wir einen Staffelstab einfach weitergeben, Sylvie. Ja, würde ich mal sagen, wir werfen den in den Ring sozusagen zu Kai Petzmann, der steht bereit. Ein letztes Mal an diesem Abend noch zwei Namen im vollen Karacho raushauen. Los geht's. Ja, herzlichen Dank an das dynamische Trio und willkommen zum letzten Kampf des heutigen Abends. Da geht es ins Mittelgewicht, angesetzt auf acht Runden. Und Diego Carmona, also wer ein Mexikaner, freiwillig boxt, der weiß definitiv, was auf ihn zukommt. Carmona mit einer guten Kampfbilanz, wahnsinnig starke Amateurbilanz, aber das ist Serkai German, vollkommen egal, denn auch der weiß zu überzeugen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum letzten Kampf. Final Fight, Fortnite, sie beding. Und ich rufe in den Ring. Aus Mexiko, Diego Carmona. Aus Mexiko, Diego Carmona. Aus Mexiko, Diego Carmona. Und wir kommen zum letzten Mal am heutigen Abend zur Roten Ecke. Und das wird dann für Universum Boxen, meine Damen und Herren. Geboren in Hanau, wohnen auf den Frankfurt. Herzlich Willkommen heute Abend hier zur Kölnberg. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir kommen ein letztes Mal zu den Punktrichtern. Uwe Leuch, Alexander Walter und Rüstam Reimhoff und der Mann im Ring, Francesco Gipetto. Der Mann in der blauen Ecke ist 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 71,5 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 15 Kämpfe, 13 Siege, 11 davon durch Knockout. Er lebt in Mexiko City, tritt an für Ginacio Nuevo Jordan in seiner Ergecke. Sein Coach und Onkel, Kai Carmona. Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen, bienvenidos y buen suerte, Diego Carmona. Sein Gegner in der Roten Ecke ist 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 71,8 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 6 Kämpfe, 6 Siege, 6 Mal Knockout. In seiner Ecke, Orkan und Cutman Marcus Schwer. Meine Damen und Herren, aus Frankfurt, herzlich Willkommen, heute Abend hier, bei Universum Boxing, Schwerke Schwerke Schwerke. Der angesetzt auf 8 Runden, die Box ist zur Mitte, the Box is to the Center. Schwerke, 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 Schwerke. Schwerke, 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 Schwerke. Die Boxer sind bereit. So, let the fight begin. Ja, hat Schrammels Willko mitgebracht, der hat sehr geil gekümmert. Stehen wie ein Einsehender ihm. 25 Jahre, 1,80 Meter Frankfurt. 5 Kämpfe, 5 Siege, 5 Paus, bravo. Wie ein legenderв Michaela, 1,80 Meter Queue, frappe Drive und 3 Staatsanalyodge, Ja, gerade nur frenetische Angriffsrufe hier, sehr geil, sehr geil, aber die Leute wissen natürlich auch, dass sie am Liebling meistens Spektakuläres erwarten dürfen. Aber der ist nicht zu unterschätzen, der gute Diego Camona. Neben mir sitzt Fatih Altunkaya, noch immer ungeschlagen. Wie siehst du den Kampf hier? Zwei Kreis-Profi-Kämpfe, ungeschlagen. Bitte? Zwei Kreis-Profi-Kämpfe, ungeschlagen. Eintäusch nur eins. Ich gebe dir ein bisschen Vorsprung, ein bisschen Verletzung gehalten. Ja, der ist Stefan dahinter. Aber der Diego macht uns nicht schlecht. Er bewegt sich. Er arbeitet viel mit seiner Führungshand und ist ein intelligenter Boxer. Jubiläum für das Festnetzwerk, bei Alice von Sofels, und insbesondere beim Hauptstrom-Gott-Service-Mestern, der nahe Zudan in ihr ist, herzlichen Dank! So nach der ersten Runde ist es noch nicht allzu viel passiert. Man sieht nur, dass der Göhmer eine mächtige Fackel hat. Runde 2. Die Schlagabtauch, Schlagabtauch! Drei Falken, drei Falken, bis zu der Linie, drei Falken! Ja! Lass sie nicht mehr auf uns! Lass sie kommen! Es ist immer schön, wenn die Halle wieder Lehrer wird. Wie viele Trainer waren wir unterwegs und wie viele Anweisungen durch die Luft fliegen. Jeder weiß was? Vorsicht! Zwei, drei schöne Dinger von Phil Martin. Er hat einige falsche Entscheidungen getroffen, zur falschen Seite weggegangen. Die Frage hatte er, er hatte kassiert. Seine Weitbewegungen waren schlecht. Das war man nicht gegen den Köhmat in der heutigen Form oder in der Form der letzten Monate. Er hat einfach nicht geleistet. Auch so einer, der eigentlich schöne Leidenschaft, die da vorne gekämpft hat, der Sirker Köhmer hat. Er hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren nicht gelacht, wenn man ihm gesagt hätte, oder weißt du was? Du machst ihm einen Hauptkampf. Lange bei der Türkei! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Schöne, Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Ja, jetzt kommt noch mal der gute Diego Camona. Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Schöne, Makin Esshitz und Santo Morales. Keine großen Haupt im internationalen Geschäft. Aber dieา Vorallern kommt, da vorne ist Reben und gut hervorgefallen. Ringrichter. sie bett doch mal ganz anders als seine kollegen mit viel im bunds mit viel aber die jungs und mädels in der hatte mit den drommeln sollten sich nicht so früh freuen denn der kam unter der land die auch einige treffer und er hält eigentlich ganz gut mit seiner zweiten runde mal mächtig unter druck aber da wieder gesteigert so ja 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 Er hat schon einiges rasiert, aber in seinem Gewicht sind nichts zu sehen. Keine Röte, gar nichts. Ein paar Bürger sind, die da rumklappern, weil ich nicht verstehe, dass sie nicht abgeklebt werden. Und er kommt und er marschiert. Der Großartige aus Mexiko-City. Profi seit 2017 ist er. 2019 erste Niederlage. Sieger in der 5. Runde gegen Hansmann Christian Gommisch. 2022 immerhin BWA für die Centro-Champion gegen Alberto Mucera aus Panama. Das ganze ist ein super Weltangewicht. 2023 nur ein Kampf. Und den IPF-Latino gehört in den Mittelweg. Niederlage nach Punkten gegen Sebastian Orazio Fabelli aus Argentinien. Sebastian Orazio Fabelli. Sebastian Orazio Fabelli. Also dieser Diego Caramona. Caramona ist eine Sicherheit. Die nicht auf der früheren Ball geschwommen, sondern der Garnbach, der in Mexiko die Nummer 11 ist, der war 100%ig was. Die nicht auf der früheren Ball geschwommen, sondern der Garnbach, der in Mexiko, der in Mexiko. Und ich habe einen lächelnden Herrn hier an meiner Seite, der wirklich von Stunde eins mit dabei war. Torabi an meiner Seite von Tip Top Service. Wie viel Freude hast du oder verspürst du eigentlich immer wieder an so einem Abend wie heute? Sehr toll, sehr schönen Abend, sehr gut organisiert. Sehr gut organisiert. Ja, auch dank dir mit. Also du hältst Universum immer sozusagen die Treue. Was begeistert dich auch immer an so einem Boxabend? Du bist mit Ismail auch sehr gut befreundet. Unterhaltet ihr euch da über die verschiedenen Kämpfe, die anstehen oder wie funktioniert das? Es ist wirklich ein tolles. Die zwei letzten Kämpfe super toll. Sehr freut uns. Ich bin seit Jahren dabei, die Versöhnung von Universum zu sponsoren. Aber es ist extrem sehr schöner Abend, weil es schöne Kämpfe dabei ist. Wir setzen uns wieder hin, denn es geht weiter. Wir setzen uns wieder hin, wir setzen uns an alle. Wir setzen uns wieder hin, wir setzen uns gleich an alle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Siegt als Amateur von 2015 bis 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, das war so, nee, das ist verdammt weh. Weiter geht ihm unteren Schlacht, ja, der sechste von acht Runden und ich wage immer noch nicht zu sagen, dass er nun vorne liegt. Gümel hat seine Szenen gehabt, hat sich gut eingesetzt, aber genau so war einer auch. Das wäre ja ein Ding, wenn der Sergai Kinnmann den Kampf abgeben sollte oder müsste. Wer schafft, so würden sie einen vorzeitigen Sieg überhaupt haben. Und dann. Grazi aus Moldawien, der ist ja gekümmert. Im Jahr 2023 auch der Klageaufschritt gegen den Polen, Robert Zalaretz. Er war noch einmal der beste Gegner in seinen Pokken, Konstin Rappelgott. Und gleich darauf liegt ja auch noch den ehemaligen Nicaraguan, Roberto Ariazza 1-3. Das war's für heute. Das war's. Das war's, das war's. So eine Aktion, die bringt überhaupt nichts, die Faust auf die Schulter, das geht doch anlegen und dann denken, dass es damit alles entschuldigt ist, den Kühlmann muss sich etwas anbehalten, aber das ist jetzt die raue Wirklichkeit. Musik Musik Ich guck's hier noch und so wie Rad jetzt. Das war aber von Ransomirati. So, achte Runde haben wir jetzt. Die letzte Runde. Wir sind froh, dass das Mädel die Arbeit allein bewältigt hat. Ab und zu wurde man ausgehäufelt. Ansonsten schleppt diese Ziffer ab dem dritten Kampf quer durch den Ring. Sperr! Sperr! Lauer, Sonnen, Feierleihau! Sperr! Lauer, Sonnen, Feierleihau! Rundt! Musik Ja, aber die Gürze ist ein bisschen zu gut. Da kommt man ein bisschen übermatigierter, da kommt man es. Sein erster Hauptstart ist noch hier vor einiger Hütte. Und dann kommt man nicht richtig aus dem Quas. Aber die Gürze vielleicht tausend hinten vorne legen und abwarten. Guter Treffer noch mal. Also alles, wie gesagt, der Porsche ist vollkommen unterschätzt worden. Jetzt noch mal gute Treffer von Köhmer. Nochmal zweimal hintereinander stehen, die rechte da zum Kopf platzieren. Aber alles noch einmal, wie gesagt, ein toller Kampfer haben wir wieder vom Universum mit vielen, vielen Fights auf Augenhöhe. Natürlich sind immer mal welche dabei, die vorzeitig enden. Aber das weiß man, wenn man die Gegner ausgesucht hat. Für die Anfänger habe ich ja heute, dass der Kampf nicht unbedingt lange geht. Das weiß man, wie gesagt, teilweise boxerische Weltklasse, Pflanzwitz gegen Kallen. Ja, die haben sich auch noch mal. Zu später abends sollen sie die Bomben um die Ohren. Ja, die Bauer schießen, das war doch eigentlich der Landwahl. Das sind keine Schläge mehr, die sind nur noch für die Sürde mit Wartepacken. Jetzt kommt er noch mal her, jetzt kommt er noch mal her. Und es ist doch ganz vorbei. Also zum Glück hat er noch mal hier ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und schön, man wird gefeiert. Aber ich würde mich nicht zu früh freuen, wie gesagt. Jetzt warten wir das Urteil ab. Ja, beide sind sich da nicht sicher. Ich sag schon mal, Gute Nacht. Hier ist ja schön, super reine Schwarzweilfluss. Damit wir dann direkt in die Interviews übergehen können. Und jetzt kommt er weiter. Ja, alle reinen. Aron? Aron? Spricht du noch irgendwas im Riech? Ich nicht mehr. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder... So, hier noch mal die gute Schussoffensive von Kölnmert. Er hat immer mal so Glanzphasen gehabt, da hat man gesagt, jetzt hat er den Kaffee in den Sack. Sie hatten ihn locker nach Hause. Und dann kam der Rückfall. Dann kam der Gabona wieder stark auf. Und Kai Ebel noch mal hier. Silvio Walker. Drei Petschmann haben wieder perfekt durch den Arm geführt. Man darf uns untersetzen, dass ein guter Rennsprecher und ein guter Interview auswacht. Geben natürlich auch die Qualität einer Veranstaltung. Das war's von mir. Wir warten uns auf das Urteil. Ich sag schon mal, tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das ist Werbung für den Boxsport. Ein riesengroßen Applaus für beide Boxer. Das haben es verdient. Definitiv. Und wir kommen nun zur Urteilsverkündung. Das Ergebnis. Das Ergebnis. Unanimous decision. Einstimmiges Punktrichterurteil. Mit 3 zu 0 Punktrichterstreben. Und damit ungeschlagen. Die Transparenz. Gratulation. Gratulation. Julio Carmona. Und wir machen weiter direkt. Und ich gebe das an Ihre Zeit. Ich bin noch nicht weit, aber Serkay. Kai Ebel hinter dir. Wunderbar. Ja, Kai sage ich noch. Kai, jetzt wird es irgendwann schwierig. Gratulation. Überragender Kampf aus unserer Sicht. Vollgas von Anfang bis zum Ende. Aber wie hat es dir selbst gefallen? Ich bin nicht ganz so früh mit der Leistung. Wir haben einen guten Gegner gewählt, das hat er im Ring bewiesen. Er hat bis zum Schluss weitergekämpft. Ich habe das Beste gegeben, ich habe gewonnen. Ein Sieg ist das Beste. Ich lerne aus meinen Fehlern und es geht weiter. Das hast man auch gesehen. Da stellst du dein Licht ein bisschen unter den Scheffel, weil das war wirklich überragend. Mein Tipp, einfach hinterher noch mal komplett auf Video angucken. Aber ich denke mal, vielleicht bist du auch ein bisschen enttäuscht, weil es kein K.O. war? Ja, auch das. Aber ich bin glücklich, mit einem Sieg hier rauszugehen. Das ist ein, wie gesagt, starker Mann aus Mexiko. Und ja, auch mal gut durch die Runden zu boxen, um das Gefühl mal zu kriegen. Und ja, es wird einfach weiter mehr Gas geben im Training. Die Frage ist jetzt, wie geht es mit dir weiter? Ist da schon ein Plan, wie es übers Jahr jetzt läuft? Ja, also ich bespreche erstmal mit meinem Team weiter, mit Ismail Abi und Ahmed Abi und das Team von Universum, um zu gucken, wie es weitergeht mit meiner Familie und dann gucken, wie man der nächste Schritt ist. Bevor es zum Erholen und zum Feiern geht, eine kurze Frage noch, mir ist aufgefallen. Zwischendrin wurde dein rechtes Knie bisschen gekühlt. Ist das passiert bei dem Stolper oder was war da? Ja, in der ersten Runde leider. Ich hatte schon eine Knieverletzung und in der ersten Runde bin ich dumm umgeknickt. Deswegen habe ich noch ein bisschen da mit meinem Kopf dabei, war nicht richtig im Kampf. Aber habe da mich wieder leicht gefunden und einfach aufgepasst, dass es sich nochmal passiert. Aber Gott sei Dank, heil rausgekommen, das ist das Wichtigste. Super, vielen Dank. Vielen Dank nochmal an Serkay, der wollte noch ein paar Worte an seine vielen, vielen Fans richten, die ja richtig Alarm gemacht haben. Ein vielen Dank an Ismail Abi, an Ahmed Abi, an Marlon, an das Team von Universum, für diese tolle Veranstaltung, für diesen tollen Gegner. Danke an alle, die gekommen sind, die mich unterstützen. Danke an mein Cousin Orkan, der seit Tag da ist, mein Vater ist hier da. Danke an alle, die gekommen sind. Und wir sagen nochmal Danke für diese tolle Leistung an Serkay Jemert und schon sind wir drei wieder zusammen, so wie wir am Anfang auch da standen. Die Flügel zacken bei Kai, das war nicht schön, bei Kai Petzmann. Ja, das ist super. Kaum, zack, sechs Stunden später sind wir auch schon durch. Es war wirklich sehr, sehr viel Schönes heute Abend dabei. Und ich freue mich ja schon riesig auf den 11. Mai, ich sage nur eins, Motor World Köln mit Riesenkämpfen. Ach, ein Trömmchen, das kann er, das kann er, der Kai. Ein Wahnsinn. Herzlichen Dank und liebe Grüße natürlich nach Hause, bleibt gesund und vor allem, wie gesagt, immer dran denken. Wir hatten heute über 130.000 Zuschauer in der Spitze und das wird in Köln, würde ich mal sagen, bei 300.000. Und Silvi hat jetzt nochmal die Namen für uns. Ganz genau, zählen wir durch. Von wem jetzt, von diesen Zuschauerern? Von allen Zuschauerern. Herzlichen Dank. Lass meine Liste da. Gute Nacht und bis zum 11. Mai in Köln. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. 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 Bis zum 11. wem jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir freuen uns auf Sie. Ihre Katja Umlauf. Wir freuen uns auf Sie. 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 Wir freuen uns auf Sie.